Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Freiräume gestalten, der Bildungspodcast. Wir, das sind Lene Pachale von der Leibniz-Universität Hannover und mein Kollege. Genau, ich bin Steve Kenner und derzeit an der Freien Universität Berlin. Wir beide sind im weitesten Sinne Bildungsforscherinnen und Bildungsforscher und wir beschäftigen uns hier in diesem Podcast damit, wie in Bildungssettings auch Freiräume sein können. Und heute haben wir eine ganz besondere Folge, weil wir quasi auf so einer Art Meta-Ebene gehen. Wir sprechen in unserem Podcast über Podcasts und dafür haben wir drei Menschen eingeladen, die ganz spannende Podcasts gestalten, die Hosts von Podcasts sind oder auch Menschen, die die Podcasts machen, begleiten, dabei unterstützen. Und mit denen wollen wir heute ins Gespräch kommen. Und wir würden euch bitten, euch ganz am Anfang einmal vorzustellen und vielleicht auch schon mal ein, zwei Sätze zu dem Podcast zu sagen, den ihr verantwortet. Tina, wollen wir mit dir loslegen? Ich kann gerne anfangen, wenn ihr möchtet, ja. Ja, herzlichen Dank erstmal für die Einladung. Ich bin ganz aufgeregt, weil ich das erste Mal sozusagen außerhalb meines eigenen Podcast-Formates unterwegs bin. Vielleicht ganz kurz zu mir. Ich bin Tina Hölzer. Ich arbeite seit anderthalb Jahren bei der John Dewey Forschungsstelle für die Didaktik der Demokratie hier in Dresden und bin in diesem Bereich an unserer Forschungsstelle für die Abteilung Transfer zuständig. Und im Bereich Transfer geht es uns vor allem darum, zu überlegen, wie kann eigentlich Wissen, was aus der Praxis, aber auch aus der Forschung zu politischer Bildung existiert oder neu geschaffen wird, besser in die Breite kommuniziert werden. Und dafür haben wir zum Beispiel, das ist auch der Grund für die Einladung, zwei Audioformate entwickelt. Einmal Judith Lies, das ist ein Vorlese, vielleicht nicht so ganz klassisches Podcast-Format, in dem wir wissenschaftliche Texte einlesen und kommentieren. Und das größere Projekt, auch so ein bisschen mein Herzensprojekt, ist auch im Kontext Judith aufs Ohr, ist der Podcast Brille auf, wir müssen reden, der Judith Podcast. Und da sprechen wir mit Praktikerinnen aus der politischen Bildung, mit Forscherinnen aus dem Bereich politischer Bildung über politische Bildung und versuchen dort immer die wichtigsten Fragen zusammenzufassen, weil wir eben wissen oder annehmen, auch bei vielen in der außerschulischen politischen Bildung, dass es nicht so viel Zeit gibt, sich Studienveröffentlichungen, irgendwelche Forschungsberichte von 400, 500 Seiten immer durchzulesen und eben auch ganz viele Praxisprojekte, gar nicht so viel Aufmerksamkeit oder Bühnen bekommen. Und deswegen haben wir diesen Podcast geschaffen, um genau da zum Austausch einzuladen und so ein bisschen dieses beim Zuhören mitlernen können, ein bisschen anderes Format, was politische Bildung ist ja sonst immer so super textbasiert und sprachbasiert auf einer Textebene. Und da haben wir versucht, was anderes zu schaffen. Und genau, Judith aufs Ohr, das ist unser Podcast-Format für die politische Bildung. Und da sind wir ähnlich wie ihr auch so ein bisschen auf einer Meta-Ebene. Wir machen keine politische Bildung in dem Sinne im Podcast, sondern wir sprechen über politische Bildung. Es ist total schön, dass du heute da bist, Tina, und sozusagen deinen Blick aus der politischen Bildung an der Universität mit einbringst. Und wir freuen uns aber auch, dass wir heute zwei Lehrkräfte hier dabei haben, die aus der Perspektive der Schule drauf schauen, wie man mit Podcast-Freiräume in Schule schaffen kann. Deshalb schön, dass ihr da seid, Phil und Pierre. Pierre, magst du mal anfangen, dich vorzustellen und welchen Podcast du verantwortest? Ja, also erstmal schönen guten Tag an die Runde. Mein Name ist Pierre Kabisch, das wurde gerade schon gesagt, oder Nachname nicht, aber sage ich Ihnen mit. Ich arbeite am Ernst-Heckel-Gymnasium in Werder an der Havel und ich verantworte dort den Politik-Geflüster-Podcast, wie ich seit heute sagen darf, der Podcast, der für den Deutschen Podcast-Preis nominiert wurde. Was machen wir da quasi? Wir haben vor zwei Jahren, rund zwei Jahren, uns die Frage gestellt, wie könnte man, ja, wie schafft man so aktuelle politische Themen aus dem Klassenraum rauszuholen, in Diskussionen zu führen? Und da war mal die Idee, Mensch, wir starten mal so einen Podcast, war ja damals ziemlich hip und reden so über zwei Themen, die uns in diesem Monat interessiert haben. Haben dann am Anfang so ein bisschen meine Kontakte, die ich so hatte, spielen lassen. Da war dann Hans Jessen immer dabei, also der, der hier jung mitwirkt. Und dann reden wir mal drüber. Und irgendwann haben wir festgestellt, Mensch, die Themen wären zu groß, wir kriegen das alleine gar nicht mehr so hin und eigentlich brauchen wir immer Gäste. Und seitdem ist es so Standard bei uns, dass wir quasi uns in aller Regel zwei Themen einmal im Monat angucken, aber mit Gästen. Also von Melanie Brinkmann, Volker Quaschning, jetzt im nächsten Monat der Chef des IFO-Instituts, waren eigentlich alle Großen schon irgendwie bei uns gewesen und haben mit uns über aktuelle Themen gesprochen. Das soll immer so ein Teil Interview, Teil Diskussionsteil sein. Und ja, der Podcast ist quasi aus dieser kleinen, wir reden mal miteinander so ein bisschen, ein ziemlich großes Ding geworden mit über 60.000 Abonnenten. Haben wir dann eine Größe erreicht, die wir selber kaum noch händeln könnten irgendwie. Und ja, hat auch eine gewisse, gewisse Herausforderung für alle Beteiligten, sowohl für die Schüler, in denen da teilnehmen. Mittlerweile sind es auch ein paar Abonnenten, ach, von denen sag ich schon, ein paar Absolventinnen dabei. Also ein paar, die nach der Schule noch dabei geblieben sind. Aber auch so generell so ein paar Fragen, die sich an uns stellen, weil das Ding halt mittlerweile fast zu groß wird, um es für uns irgendwie so zu deichseln. Aber so erstmal ganz kurz zum Projekt, mehr können wir nachher besprechen. Darauf sind wir total gespannt, genau das alles zu erfahren. Auch was sind so die Herausforderungen bei der Gestaltung von Podcasts. Anscheinend haben wir heute hier ein hochkarätig besetztes Podium an Gästinnen und Gästen. Also einmal Nominierung für den Deutschen Podcastpreis und dann Ehrung durch die Bundeskanzlerin bei Phil Elsen für seinen Zusatzkurs Politik, oder? Ja, das ist aber schon länger her. Also erstmal ganz herzlichen Dank für die Einladung. Mein Name ist Philipp Elsen. Ich bin hier in Berlin am Beethoven-Gymnasium Politiklehrer und leite hier auch die Fachschaft Politik und Sozialwissenschaften. Und es ist total schön, dass ich jetzt hier mal in der Runde auch den Pierre sehe, weil erstmal herzlichen Glückwunsch, total super, auch zu dem Preis. Aber Pierre war in den Anfängen, wo ich und eine Kollegin und ich uns überlegt haben, wir wollen Podcasts in der Schule machen. Pierre hat es ja auch schon angedeutet, das ist fast schon inflationär. Irgendwie macht jeder einen Podcast. Aber dann habe ich mit Steve telefoniert und Steve hat mir auch den Podcast von Pierre mal empfohlen. Und ich habe dann reingeschaut und ich glaube, Pierre, das war eine Folge mit Albrecht von Lucke von den Blättern für nationale und internationale Politik. Und ich direkt schon so, boah, das finde ich total super. Ich finde Albrecht super, aber ich finde auch die Blätter eins der besten Formate hier in Deutschland. Und war dann inspiriert und wir haben dann überlegt, wie können wir das nicht imitieren, aber wie können wir das übernehmen, wie können wir da was in der Schule machen. Aber es war eine wahnsinnige Inspiration. Das vielleicht schon zum ersten Punkt. Ich finde total wichtig, dass man sich gegenseitig inspiriert und voneinander lernt und das immer wieder adoptiert. Übrigens, so funktioniert Kultur, so funktioniert jegliche Kreativität. Also das Neue entsteht oft auf Basis von dem, was vielleicht auch schon da war und wird dann neu geframed in dem eigenen Setting. Aber wenn ich das sage, haben wir dann überlegt weiter, wie können wir eigene Podcasts bei uns an der Schule durchführen. Wir haben dann einen gegründet, der heißt auch mit Geflüster, der heißt aber jetzt Zukunftsgeflüster und das war eine Kooperation mit diesem, du hast es gerade schon angesprochen, Zusatzkurs, den ich leite. Der heißt Politik, Wirtschaft und Zukunft. Und einen Zusatzkurs, der heißt Journalismus hier in der Schule. Das heißt, wir haben da versucht, wie schaffen wir eigentlich das, was alle wollen, Fächer verbindend etwas auf die Beine zu stellen für und mit den Schülerinnen und Schülern. Und dieser Podcast hat dann gestartet. Wir hatten aber auch die Idee und das vielleicht als zweiter Punkt, ich glaube, die anderen haben das natürlich auch schon, wir wollten eine schöne Homepage haben, die ästhetisch aussieht. Also nicht so, wie das sonst in Schule ist. Das ist eines meiner großen Kritikpunkte, können wir vielleicht später noch darauf eingehen. Ich finde, Ästhetik und auch, wie etwas gedesignt ist, ist total wichtig in Schule und wird vernachlässigt. Und wir haben uns dann von extern beraten lassen mit den Schülern und Schülern, wie wir eine schöne Homepage bauen, wie wir das ganze technische Know-how hinbekommen. Und da wissen einfach auch die Schülerinnen und Schüler mehr als ich. Ich habe da total viel gelernt. Und so haben wir diesen ersten Podcast dann kreiert. Der Kunstfachbereich hat das Logo kreiert in so einem Wettbewerb. Der Musikfachbereich hat so einen Jingle gemacht. Und allein das war schon für mich geil, bevor wir eigentlich gestartet haben. Ich bin auch in so Jugendsprache, aber es war total inspirierend. Und für die Schülerinnen und Schüler einfach eine tolle Erfahrung. Und die Idee dieses ersten Podcasts war, dass diese zwei Kurse Gäste einladen und wir diesen Raum der Begegnung schaffen, digital, wo man mit Gästen aus verschiedenen Bereichen spricht, ob es nun Harald Welser ist, aus dem politischen Bereich oder soziologischen Bereich, bis hin zu Fragen, wie verändert sich die Mobilität der Zukunft. Aber es sollte neben dem Themenschwerpunkt auch immer eine Frage sein, wer ist die Person, die dem gegenüber sitzt, also der biografische Zugang. Und so haben wir jetzt, glaube ich, 15, 16 Folgen. Wird aber, so wie ich das sehe, in keinster Weise so groß angenommen wie jetzt von Pierre. Es ist bei uns in der Schule einfach so ein kleiner Hit. Über Instagram pushen die Schülerinnen und Schüler gegenseitig. Und da sind wir, also bin ich als Lehrer und meine Kollegin eigentlich eher begleitend. Letzter Satz dazu, nur um das vorzustellen. Wir haben auch, wir versuchen diese Homepage nicht nur für uns zu nutzen, sondern wir haben alle das ganze Kollegium inspiriert, dass sie da auch Podcasts, ob es nun im Englischen Unterricht ist, im Ethikunterricht, dass die auch Podcasts als Tool benutzen, um Unterricht für die Schülerinnen und Schüler auch mit neuen kreativen Formen zu ergänzen. Und das ist die Idee dahinter, die noch ergänzend zu dem Podcast, der jetzt gerade online ist, noch gedacht wird. Ja, das ist total spannend. Wir wollen da gleich auch nochmal drauf eingehen. Und es ist eigentlich total schön, wie du schon beschreibst, dass dieses Format natürlich nicht nur ein politisches ist, das man für politische Themen nutzen kann, sondern in Bildungssettings eigentlich ganz unterschiedlich, in verschiedenen Fächern, aber auch für die außerschulische politische Bildung oder für außerschulische Bildung insgesamt auch einsetzbar ist. Für, vielleicht auch für einen Jugendclub beispielsweise, der die Themen, die die Jugendlichen dort umtreibt, dann aufbereitet, mit ihnen gemeinsam ins Zentrum rückt. Und wir haben jetzt drei Podcasts, die sich sehr um politische Themen drehen oder die eigentlich im engeren Sinne aus der politischen Bildung kommen. Aber wir wollen heute ganz viel auch darüber sprechen, was Podcasts als Format eigentlich insgesamt auszeichnet. Das werdet ihr natürlich immer wieder auch aus eurer Erfahrung heraus beschreiben. Aber genau, für uns ist es auch interessant oder die Idee unseres Podcasts ist es ja auch, das zu machen, was Phil, was du vorhin beschrieben hast, also Anregung zu sein für andere, die irgendwie im Bildungsbereich unterwegs sind und sich vielleicht inspirieren lassen davon. Und deswegen würden wir gerne vielleicht mit euch erstmal damit beginnen, darüber zu sprechen, warum ihr euch für das Format Podcast entschieden habt. Ihr habt das gerade schon angedeutet. Und vielleicht können wir das irgendwie hinbekommen, dass wir so eine Liste von Highlights bekommen. Warum Podcasts? Warum ist das ein spannendes Format? Was sind eurer Meinung nach die Stärkung des Podcasts? Ganz der Ruhe im Raum. Dann fange ich mal an. Also warum Podcast? Also bei mir kam die Motivation tatsächlich an, ursprünglich mal von mir selber. Also weil ich irgendwann mal festgestellt habe, dass Podcasts ein cooles Format sind, weil man da Zeit hat, weil ich damals gedacht habe, man hat Zeit, über Themen zu sprechen. Also egal, ob es jetzt Politik sein kann oder Sport. Ich kann jetzt nicht über den Sport in die Podcast-Welt, ich bin im Rasenfunk. Und dann irgendwann so aufwachen Podcasts, viele Jungen. Und dann hat man festgestellt, Mensch, Podcasts können auch 5,5 Stunden gehen und wären nicht langweilig. Und daher kam quasi dieses Grundkonzept, Mensch, man kann so einen Raum, darum geht es ja letztlich, einen Diskussionsraum schaffen, in einer Sphäre, der von anderen zwar gehört wird, der aber irgendwie so als gemeinsamer Raum wahrgenommen wird. Vorhin hat das ja Filre eh nicht ausgedrückt, als Begegnung irgendwie. Und diese Begegnung schafft man quasi und in der diskutiert man miteinander auf gleicher Höhe. Ich betone bei uns immer, und das ist mir auch wichtig, dass wir ein Team sind. Ich nicht allein entscheide, wir entscheiden gemeinsam. Und als Team treffen wir uns da. Und wenn man davon spricht, man öffnet eine Videokonferenz und ist zu Hause, dann ist das nicht eine Metapher, sondern Wahrheit, weil man da gemeinsam miteinander diskutieren kann. Und genau das ist so ein bisschen das Zweite quasi, dass man auf einer eigenen geschützten Sphäre, also scheinbar geschützt, das hören ja ein paar tausende Menschen zu, aber geschützten Sphäre miteinander spricht und diskutieren kann und wachsen kann. Also bei uns gilt das besonders, dass wir halt im Laufe der Zeit welche dabei haben, die von Anfang an dabei waren, die wirklich Fans haben oder die uns E-Mails schreiben als Fan-E-Mails, wenn man das so möchte, und die natürlich gewachsen sind im Laufe der Zeit. Und das ist dann der dritte Punkt quasi. Es bietet Raum für Entwicklung, für Entwicklungsmöglichkeiten, für persönliche Präferenzen. Und das ist so ein Medium, was es, glaube ich, aufgrund dessen, dass es eigentlich grenzenlos ist, zeitlich grenzenlos ist, theoretisch natürlich besonders hervorhebt oder besonders gut macht. Ich kann mich ja mal anschließen. Und jetzt, ich kann schon mal alles unterschreiben und unterstreichen, was gerade schon gesagt worden ist. Und ich würde das auch sagen, also ich glaube, es ist auch schon eine Motivation, wenn man selber irgendwie Podcasts gehört hat oder Podcast-Fan von verschiedenen Sachen ist, dass man auch einfach so ein bisschen Lust hat, das mal auszuprobieren. Und ihr werdet das ja auch kennen, ich finde, das ist ja schon auch eine besondere Erfahrung, diese Kopfhörer aufzusetzen, dann gibt es so einen Raum auf einmal um einen drumherum. Und gerade auch in Corona-Zeiten, in denen solche tatsächlich nahen und gefühlt auch besonderen und intensiven Räume ja so ein bisschen gefehlt haben, haben sich Podcasts irgendwie auch sehr, sehr angeboten. Also weil du einen Gesprächsraum eröffnen konntest, der nicht unbedingt auf einen gemeinsam geteilten Ort sozusagen just in dem Moment angewiesen war. Also das war für uns, glaube ich, wenn wir ganz ehrlich sind und so da zurückgucken, schon eine relevante Größe. Also zu sagen, wir brauchen eigentlich irgendwelche Formate, die sowohl vom Ort als auch vom Zeitpunkt des Konsumierens dieses Produkts ein bisschen unabhängig und individuell gestaltbar sind. Also das ist für uns ja ganz wichtig, weil wir sind ja jetzt auch kein Unterhaltungspodcast in dem Sinne, sondern tatsächlich ja auch sowas wie ein Wissenschafts- oder Wissenspodcast, der aber ja eben zu einem Zeitpunkt von dem Interesse der Zuhörerin gewählt werden kann. Also wir sind da und es ist auch, natürlich werden Folgen irgendwann alt, aber einige Folgen bleiben ja doch so ein bisschen zeitlos auch. Und bei uns gab es aber auch noch einen zweiten Punkt. Wir haben zumindest in Sachsen, das ist ja unser Schwerpunkt hier in der Jodet, auch vorher eine Umfrage, eine Feldexploration gemacht, in denen wir politische BildnerInnen gefragt haben, wie sie sich gerne eigentlich weiterbilden wollen. Und wer hätte es gedacht, das ist eben in Podcast-Formate, sind eben auch in anderen Welten irgendwie natürlich ziemlich en vogue. Und so war es auch eine der Rückmeldungen von politischen BildnerInnen in Sachsen, dass sie gesagt haben, wir mögen Podcast-Formate und warum gibt es eigentlich nicht noch mehr Podcast-Formate, die uns auch beruflich weiterbilden, also in denen wir sozusagen Austausch erfahren, in denen wir hören können, was eigentlich so los ist. Und dadurch hat sich das für uns einfach angeboten, zu sagen, okay, wir wollen Podcast-Formate, weil es eben ein Format ist, was habe ich vorhin schon mal ganz kurz gesagt, es ist nicht eine hundertseitige Studienveröffentlichung in einem politisch-wissenschaftlichen Sprech, sondern es ist eben, und das mag ich an Podcasts auch, mein Kollege hat es letztens irgendwann mal gesagt, ein Podcast ist nicht einfach nur ein Gespräch, aber es ist auch kein Text. Es ist eine ganz besondere Form des Austauschs, also es ist eine ganz besondere Form zu sprechen. Man spricht jetzt nicht einfach so bla bla bla, aber man spricht auch nicht wie so ein vorgelesener Text aus dem Buch, sondern man geht auf eine andere Ebene. Und gerade dieses Zuhören und dabei Lernen mitsprechen zu können, das ist, glaube ich, das Schöne an einem Podcast und was uns so gefällt. Also wir merken natürlich auch, dass wenn Leute zu uns kommen, die wenigsten haben vorher schon mal eine Podcast-Erfahrung selbst gemacht und sind aufgeregt und sowas. Aber danach ist immer so ein Riesen-Hallo von so einem ganz krassen Selbstwirksamkeitsgefühl von, oh krass, wir haben jetzt hier so einen Podcast aufgenommen, das ist was ganz anderes. Und es ist ja ein ganz neues Format von Wissenschaft. Also es ist keine Publikation, es ist keine Veröffentlichung, es ist jetzt kein Fachvortrag, den ich vor einem kleinen Publikum auf einer Tagung halte, sondern es ist ein ganz anderes Format, was ganz andere Herausforderungen zum Beispiel auch ans Sprechen irgendwie vermittelt. Also man kann eben auch nicht sprechen wie auf einem Fachvortrag, aber es macht eben ganz viele Räume möglich und es macht dieses Lernen beim Zuhören möglich und wo man eben nebenbei abwaschen kann oder sowas. Also ich finde auch, der Podcast findet ja in anderen Hörgewohnheiten statt, als ich mir jetzt einen Fachvortrag auf einem Podium anhören würde. Und das sind nur so ein paar Sachen, warum wir also auch wirklich begeisterte Fans von diesem Podcast-Format sind, zu sagen, es ist ein anderes Medium, es ist eine ganz andere Art des Zugangs zu Studien, zu Praxisprojekten, es ist auch eine Bühne. Also auch das finde ich bei Podcasts wichtig. Man kann eine Bühne für tolle Menschen bieten irgendwie, wie deren Gedanken irgendwie dann für Gesellschaft, für eine breite Gesellschaft zugänglich sind. Und auch das ist es schon, es ist abgesehen von natürlich ein paar Barrieren, ist es relativ barrierearm. Also unsere Podcasts sind ja alle auf allen möglichen Plattformen abrufbar, kostenfrei. Und das ist schon was, was finde ich auch nicht irrelevant, bei so einer Frage von, was ist eigentlich schön an diesem Format. Das sind so ein paar Sachen, die mir jetzt auf die Schnelle einfallen. Das sind eine ganze Menge Sachen, die dir eingefallen sind, würde ich sagen. Und auch die, die Pierre schon genannt hatte. Phil, und du meintest eingangs auch, du wurdest inspiriert durch den Podcast von Pierre. Wie bist du aber dazu gekommen, den Podcast bei euch zu gestalten? Also für mich ist die Konfrontation und die Begegnung mit Menschen, die wirklich was zu sagen haben, mit Themen, die eine Zukunftsrelevanz haben, eine Relevanz haben für die Lebenswelt der Schülerinnen und Schülern, ein entscheidendes Merkmal von guter Bildung. Und das bietet der Podcast als Möglichkeit, mit einer großen Begeisterung für die Schülerinnen und Schüler anzubieten. Und ein Satz, Pierre hat mich inspiriert mit seinem Podcast, aber auch ganz viele andere Podcasts, weil ich das selber für mich persönlich als Inspiration und als wahnsinniger, als Bildungserlebnis wahrgenommen habe. Das ist übrigens, glaube ich, kann ich allgemein sprechen, für Lehrerinnen und Lehrer. Wenn man selber von etwas begeistert ist, dann spiegelt man das auch meistens auf die Schülerinnen weiter. Und ich war begeistert von diesem Format und habe gemerkt, dass das als Ort der Begegnung mit Themen, wie gesagt, und mit Menschen, die Schüler dahin bringt, sich mit Themen auseinanderzusetzen. Und sozusagen, dass man das bekommt, was man Wissen braucht, Wissen nennt, aber kein totes Wissen da ist, was irgendwo im Raum liegen bleibt, sondern man nutzt es, um Gespräche zu führen, um Neugierde zu wecken und dann von dem anderen mehr zu erfahren. Und so ein Podcast dockt auch so ein bisschen natürlich an die Lebenswelt der SchülerInnen an. Ja, die nutzen alle ihre Handys und Podcasts und Instagram. Und so ist das eine ganz tolle Geschichte. Vielleicht noch ein Punkt, ich versuche nur das zu sagen, was vielleicht vorher noch nicht gesagt wurde, weil ich stimme da vielem überein. Aus der Perspektive der, die diesen Podcast machen, der SchülerInnen und Schüler, ist das auch in der Schule ein tolles Format, um am Ende nicht nur eine Klausur zu schreiben oder einen Test zu schreiben, sondern wenn am Ende steht, ey, pass mal auf, am Ende könnt ihr einen eigenen Podcast machen, dann ist das, ich glaube eben viel schon mal der Begriff, eine intrinsische Motivation, sich mit wirklich einem Sachverhalt auseinanderzusetzen. Und wie ich das festgestellt habe, die SchülerInnen sind am Ende total stolz auf das Produkt, was sie da am Ende haben. Und das ist ein eigener Podcast. Und das war immer die Reflexion, die ich total schön fand. Ich will vielleicht noch ergänzen, dass ich auch den Vorteil vor allen Dingen sehe, zumindest theoretisch, dass die Zeit grenzenlos ist. Also natürlich hat man eine gewisse Zeitdauer, die man da anpeilt. Und ja, die HörerInnen haben ja auch gewisse Nutzungszeiten. Das sagen uns Analyse-Tools ja ziemlich gut, was sie so hören. Aber theoretisch ist es grenzenlos. Und wenn ich das mal an einem Beispiel machen kann, wir machen im Sommer immer so eine Sommerfolgen. Vorletztes Jahr war es unsere Corona-Reihe mit sechs Folgen zu Corona und. Und dieses Jahr waren es drei Themen, die Deutschland bewegen außerhalb der aktuellen Politik. Und eine war Schule. Das kann man sich ja vorstellen. Die Zeitdauer war eigentlich 60 Minuten, weil Sommerfolge alle zwei Wochen in den Ferien eine Folge. Aber diese Schulfolge, die ging deutlich länger als eine Stunde. Weil eigentlich die letzten 40 Minuten so ein bisschen Therapiestunde war, würde ich es mal sagen, wo dann unsere zwei Gäste von der Uni Potsdam auch ausgestiegen sind. Aber das war gut. Also das Feedback der Hörerinnen ist gut. Unser eigenes Feedback war gut, weil das war so ein bisschen, wir haben Raum gehabt. Und dann reden wir halt drauf los. Und das ist zwar ein Prozess, das geht nicht am Anfang. Also wenn wir mit Podcasten anfangen, wird sich nicht sofort feststellen, ich bin so frei und kräht oft los und fühle mich sofort sicher in meiner Rolle. Aber wenn man das teilweise macht und diese Selbstwirklichkeit erfährt, dann geht das. Und dann kann Podcast genau das ermöglichen, nämlich Raum zu haben für Diskussionen, für Gespräche und nicht auf die Zeit zu gucken und zu sagen, oh, jetzt klingelt es in der Minute, sondern ich habe genau die Möglichkeiten. Das ist ja das, was das Format so als Vorteil noch in meiner Meinung nach mit sich bringt. Ich finde das total gut. Also gerade, was du gesagt hast, nicht nur die Zeit, sondern auch die thematische Enge ist relativ klein. Also man kann, also wenn man einen Podcast aufnehmen will, man plant den Anlass zum Gespräch. Und was dann dabei rauskommt, also das mag ich auch so sehr, ist ja trotzdem immer offen. Also keiner hat jetzt von uns hier Zettel vorbereitet, die jetzt reinspricht und dann ist ganz klar und wir spielen ein Theaterstück vor und jeder hat seine Rolle und seinen vorgeschriebenen Text, sondern im Podcast kann man sich auch wirklich, also das ist ja das, was ich meine, das ist schon mehr auch ein Gespräch. Man muss sich auch auf das einlassen, was kommt. Also und deswegen finde ich das ganz richtig, es ist zeitlich und es ist aber auch von der Themenschwerpunktsetzung her zum Beispiel, ist es eben als Anlass initiierbar, aber nicht komplett durchplanbar. Und das finde ich aber einen großen Vorteil davon. Also das finde ich auch total gut. Wobei das für uns auch ein ganz spannendes Learning war. Also Helene lacht auch gerade. Wir haben die ersten Folgen, die wir gemacht haben, dann für uns mal reflektiert und festgestellt, dass wir genau das nicht gemacht haben oder nicht zugelassen haben, weil man dann irgendwie Angst davor hat, den Gesprächsfaden zu verlieren oder vielleicht die Kontrolle über das Interview zu verlieren. Und daran merkt man eben auch genau das Missverständnis, das wir am Anfang hatten. Also wir laden uns einen Gast ein oder eine Gästin ein und interviewen diese Person. Und dann ist es eben doch nicht das, was den Podcast auszeichnet, dann ins Gespräch zu kommen und es auch zuzulassen, dass sich das Gespräch mal in eine ganz andere Richtung entwickeln kann. Das war für uns auch etwas, was wir im Laufe der Zeit gelernt haben, wobei das wahrscheinlich gar nicht die richtige Zeitform ist. Immer noch ganz viel lernen. Das, was ich eigentlich auch ganz spannend fand, ist, dass du hast die Barrierefreiheit schon angesprochen, Tina. Es ist natürlich auch für diejenigen, die einen Podcast auf den Weg bringen wollen, erst mal etwas, was mit verhältnismäßig wenig Aufwand zu machen ist im Vergleich zu einer großen Abendveranstaltung, die man vielleicht organisieren will oder zu einem Buch, das man schreiben will oder so. Also eine Podcast-Folge aufzuzeichnen, geht erst mal verhältnismäßig leicht. Dort haben alle ein einigermaßen gutes Mikrofon da, was durch Corona auch in ganz vielen Haushalten mittlerweile der Fall ist. Aber selbst wenn man ein nicht so gutes Mikrofon benutzt, kann man relativ schnell eigentlich damit starten und so einen Podcast aufzeichnen. Das, finde ich, ist auch nochmal ein ganz spannender Punkt und vielleicht auch für diejenigen, die diese Folge gerade hören, interessant. Was muss man eigentlich beachten, wenn man jetzt so einen Podcast startet? Was braucht man? Was braucht man unbedingt? Eine gute Idee, Motivation haben wir gerade schon gehört, Inspiration, aber auch so ganz praktisch. Was braucht man, um mit Jugendlichen in einem Jugendclub oder eben mit Schülerinnen und Schülern in der Schule so ein Podcast-Projekt zu starten? Ich finde, der 60.000-Abonnenten-Podcast fängt an. Am Anfang waren es nicht 60.000, sondern die erste Folge hatte irgendwie 2.000 oder so. Na, was braucht man? Also man braucht natürlich eine Gruppe von Freiwilligen, die interessiert sind und Lust darauf haben. Und das war am Anfang meine größte Schwelle. Also wie erkläre ich ihnen denn, was wir da machen wollen? Und im Gegensatz, glaube ich, zu dem, was Phil dargestellt hat, ist das bei uns ja auch, wenn man so will, irgendwie eine Sache, die ja auch nebenbei läuft. Also natürlich verbindet man das mit dem Unterricht. Das geht aber bei unserer Gruppe, die wir jetzt sind, schon gar nicht mehr, weil ein Teil, wie gesagt, studiert schon mittlerweile und ist noch dabei. Das macht es ein bisschen schwierig. Also man braucht irgendwie eine Gruppe von Interessierten. Man muss denen irgendwie klar machen, was wollen wir da machen? Und dann muss man einfach mal, also beim Podcast gibt es ja auch die Folge 0, die haben wir jetzt nicht gemacht, aber einfach mal eine Folge produzieren und mal gucken, was haben wir jetzt eigentlich gemacht? Was hat gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Woran arbeiten wir? Und ich sage mal, für mich war es von vornherein wichtig, dadurch, dass wir ja eben nicht irgendeinen Raum aufnehmen, sondern wir uns ja wirklich digital treffen, dass wir auch die Möglichkeiten zum digitalen Treffen hatten. Also klar, irgendeine Art von Videokonferenz, das sollte natürlich irgendwie möglichst stabil sein. Also das, was wir gerade hier benutzen zum Beispiel, würde ich dafür nicht benutzen, sondern ich nutze eine andere Plattform, bei der ich auch jeden einzelnen Gespräch quasi capturen kann. So, und dann habe ich quasi gesagt, okay, wir treffen uns, wir haben eine Grundlage und dann lass uns darüber auch eine Kommunikationsplattform finden. Auch das war wichtig, dass wir als Gruppe also auch miteinander kommunizieren können. Ja, und dann einfach mal anfangen. Und dann ist es schon so, dass es dann von den Anfang, wir reden mal miteinander, irgendwann mal dazu geht, oh, wir machen dann mal Redaktionskonferenzen und setzen uns mal digital zusammen, weil irgendwann das eben entsprechend wächst. Also, Voraussetzung gesagt, würde ich sagen, ist erstens irgendwie eine Plattform, auf der man das machen möchte. Man braucht eine Gruppe von Menschen, die Lust darauf haben, die sagen, Mensch, ich probiere es einfach mal aus. Einfach mal reinhören und Gefallen daran finden. Drittens, ich brauche eine Idee, das haben wir schon gehört. Und viertens, einfach mal drauf los. So, und dann zieht man eine Schlussfolgerung. Wir machen zum Beispiel bei denjenigen, die jetzt nachkommen, die wir nachwerben wollen, die zukünftigen Flüster in, da machen wir zum Beispiel so und sagen, Mensch, kommt doch mal mit dazu, zu einer Aufnahme im Background. Man hört euch nicht. Letzte Folge war das, so, weil jetzt jemand reingehört hat. Und wenn ihr Lust habt, schaltet euch dazu. So, letzte Folge, zwei von denen, die dabei waren, schalten sich einfach mal dazu und sagen, ich habe auch was zu sagen. Dann funktioniert das natürlich. So wächst man dann langsam in so ein Podcast-Projekt quasi rein. So ist mein Zugang. Also einfach probieren, machen und dann wächst das schon mit Motivation, mit Begeisterung. So ein bisschen das Vorleben ist das, was auch noch ganz entscheidend ist, dass ich darauf Lust habe, dass es mein Projekt ist und ich jetzt sage, jetzt machen wir das gemeinsam und machen daraus was. Und das muss ja nicht immer mit den Hörerzahlen sein. Das betone ich auch nicht, weil es mir nicht so super wichtig ist. Im Gegenteil, nur um klarzumachen, dass so ein Projekt, was einfach nur als kleine Sache mal ist, läuft nebenbei und vielleicht hören es mal fünf an der Schule, eben auch größer werden kann, um das auch klarzumachen. Das sollte man halt mit reflektieren. Ja, vielleicht noch ein Punkt. Also wir versuchen das, also so war es bei uns jetzt, wir haben nicht so viel Zeit einfach in der Schule. Schule ist ein wirklich gehetzter Ort. Wie Pierre das macht, außerhalb der Schule, das ist bei uns nicht so die Möglichkeit. Jetzt klingelt mein Telefon hier, weil ich auch Familie habe. Das heißt, ich habe einfach keine Zeit, nachmittags hier zu sitzen und alles vorzubereiten. Das heißt, ich versuche das schon sehr im schulischen Kontext einzubauen. Und da ist einfach die Herausforderung, Steve, du hast da noch auch gefragt, wann kann man das im Unterricht einbauen? Na klar, haben wir uns da auch abends mal getroffen, aber das ist immer ein großer Aufwand, auch für die Gruppen, auch gerade, wenn man mit Fächerverbindungen arbeitet. Wann trifft man sich? Weil die Schülerinnen und Schüler sind so vollgeladen mit Klausuren, die geschrieben werden, mit Sportvereinen, mit allem, sodass die Herausforderung ist, wann kann man es wirklich im Unterricht einbauen? Und die Frage am Anfang, Steve, wo ist Freiraum? Also wo sind die Möglichkeiten im Unterricht? Die sind da, aber die muss man sich schaffen. Ein Punkt, der bei uns total geholfen hat, war einfach am Anfang gute Technik zu bekommen. Und da hatte ich überhaupt keine Ahnung. Ich zeige das mal hier hoch, das ist Rode, weil ein Schüler meinte, wir brauchen Rode, wir brauchen Rode, Herr Elsen. Und ich so, was ist Rode? Das ist einfach wahrscheinlich so die beste Technik für Podcasts. Wir haben so ein Mischpult, allein das Mischpult sieht super stylisch aus und macht Spaß. Man will direkt draufdrücken, man hat so Jingles, dann haben wir diese, man sieht es hier nicht, auch von Rode, diese Mikrofone bestellt. Die sehen halt anders aus, als wenn man das mal eben so bei Zoom aufnimmt oder mit dem Handy. Also allein die Technik inspiriert. So dafür braucht man aber erstmal Kohle. Und da muss man halt in der Schule schauen, wie kann man das finanzieren über einen Förderverein, über bestimmte Demokratiefonds oder auch eine Schulleiterin, die das unterstützt. Und das war bei uns ein ganz wesentlicher Punkt, dass allein schon die Technikbeschaffung dann im weiteren Verlauf inspiriert hat, diesen Podcast durchzuführen. Mussten das dann lagern hier in der Schule, musste immer wieder geholt werden, wer ist verantwortlich für die Wartung und dass nichts kaputt geht beispielsweise. Also das waren so ganz praktische Dinge im Schulalltag, die dann auch Kolleginnen von mir und Kollegen inspiriert haben, das mal runterzuholen. Weil viele dachten, ich nehme das mal kurz im Handy auf. Aber was wirklich am Ende toll ist, ist die Qualität einfach, wenn man das mit guter Technik aufnimmt. Das macht dann einfach nochmal Freude, diesen Podcast sich anzuhören. Wahrscheinlich müssen wir an der Stelle jetzt einmal sagen, Werbung wegen Markennennung oder wir müssen das in die Shownotes packen oder so. Aber der Punkt ist ja genau der richtige. Aber es gibt auch super andere Mikrofone, also welche sonst noch heute so genutzt werden. Aber genau, es geht einmal um die Technik, also dass das auch tatsächlich zur Verfügung steht, was man braucht, so wie wir ansonsten auch andere Hilfsmittel in Schule brauchen oder Materialien. Und ich fand den Punkt auch nochmal ganz wichtig, den du gemacht hast. Also ja, es ist eigentlich ein Format, was quasi zeitlich grenzenlos ist und Schule oder auch die Institutionen, Universität haben Grenzen. Und auch die Gästinnen und Gäste, die ihr ja einladet, haben eben auch nur ein bestimmtes zeitliches Budget zur Verfügung. Es hat sich für uns zum Beispiel gezeigt, dass es gar nicht so einfach ist, einen Termin immer zu finden mit den Leuten, die wir einladen wollen, weil wir beide müssen Zeit haben, die Gästinnen und Gäste müssen Zeit haben. Man hat noch sonstige Verpflichtungen beruflicher und familiärer Natur. Wie gestaltet ihr das mit euren Gästinnen und Gästen? Also wie viel Vorlauf braucht ihr? Wer organisiert das zum Beispiel bei euch sowohl bei der Judith als eben auch in der Schule? Wie macht ihr das? Ich kann ja mal weitermachen, weil darauf gibt es gar nicht. Also ich würde auch sagen, dass gerade, also ich spreche ja ein bisschen aus einer anderen Perspektive als jetzt Schule, weil wir kein schulisches Projekt sind, sondern ein hochschulisches Projekt sozusagen. Und ich kann nur sagen, also ich bin sehr, sehr dankbar für den Kontext, in dem ich das hier ausprobieren kann, weil ich würde sagen, dass genau, was die beiden gerade vorher gesagt haben, also es braucht Zeit und es braucht gute Technik und zwar nicht wegen der Technik, sondern weil in dieser guten Technik eine Wertschätzung drin steckt schon. Also dass man sich nicht mit dem Handy hinsetzt und sagt, so sprich mal bitte ins Handy und am besten auch laut, sondern dass die Leute hier ankommen und sehen, wir haben ja extra ein Studio aufgebaut und das macht ja auch was, was ich am Anfang sagte, diese Kopfhörer mal aufzusetzen und zu hören, wie man in so ein Mikrofon reinspricht, ist auch ein bisschen herausfordernd, wenn wir darüber sprechen, was braucht man? Man braucht ein bisschen Akzeptanz mit sich selber, wenn man selbst im Podcast sichtbar wird oder hörbar wird. Das finde ich auch nicht so ohne, aber diese Technik macht ja ganz viel Wertschätzung, weil sie sagt, wir geben uns Mühe, dass es was Schönes wird. Und es hat irgendwie Phil jetzt auch vorhin schon gesagt, das gilt für junge Menschen genauso viel wie für erwachsene Menschen, dass das was mit denen macht, wenn am Ende man nicht einfach nur einen Vortrag gehalten hat, sondern man tatsächlich was hat, was man anderen schicken kann, was man Leuten, was Leute sich anhören kann. Man hat ja ein Produkt am Ende. Also da hilft richtig gute Technik, weil man auf einmal merkt, oh krass, das macht was. Es ist eben was anderes, als wenn ich mir eine Sprachnachricht am Telefon geschickt habe. Es ist was anderes, wenn man mit einer guten Aufnahmetechnik einen Podcast aufnimmt, den man danach weiterschickt und zuhören kann. Also wir schneiden auch die Podcasts immer nochmal. Also wir haben auch Schneideprogramme, die man braucht und wir brauchen, also ich glaube, das ist an Hochschule vielleicht was Besonderes, aber vielleicht auch gar nicht, vielleicht würdet ihr das auch beide so sagen. Man braucht neben der Motivation, dass man das selber macht, also weil ich kann nur sagen, also ich organisiere die Podcasts mit meiner Kollegin Elisa Moser zusammen und wir brauchen schon Vorlauf. Also wir brauchen Zeit, um mit den GästInnen einen gemeinsamen Terminslot zu finden, weil die am besten möglichst schon hierher kommen zu uns auch. Wir brauchen manchmal auch noch Genehmigungen von Ministerien und sowas, dass Leute zum Beispiel aus Forschungsprojekten überhaupt sprechen dürfen in unseren Kontexten. Wir wollen bald eine Folge zu politischer Bildung in Jugendvollzugsanstalten machen. Da brauchen wir mehr Vorlauf, weil wir zum Beispiel auch Genehmigungen einholen müssen. Aber wir brauchen schon immer ein bisschen und wir brauchen auch danach nochmal Zeit, weil wir in unserem Podcast ja zum Beispiel die Gespräche auch nochmal zusammenfassen am Ende aus einer politikdidaktischen, forschenden Perspektive heraus. Das muss dann auch nochmal aufgenommen werden und sowas. Also ich glaube, dafür braucht es in Forschung zum Beispiel oder auch in Hochschule überhaupt erstmal eine Bereitschaft. Und das ist was, was glaube ich besonders ist, weil das ist nicht so viel da. Also einerseits die Bereitschaft und auch das Verständnis, dass ein Transfer, also dass es nicht reicht, einfach für sich zu forschen oder dann am Ende mal einen Abschlussbericht von irgendwas zu schreiben und dann zu glauben, dass das dann damit schon in der Welt ist. Also damit ist es an Schulen, damit ist es an irgendwelchen anderen Bildungseinrichtungen angekommen. So ist es nicht. Sondern die Notwendigkeit zu erkennen, dass es einen Transfer braucht. Also dass wir über bestimmte Sachen sprechen müssen, um zu fragen, okay, und was bedeutet das für Schule? Was bedeutet das für politische Bildung? Diese Bereitschaft ist gar nicht so leicht. Also das wirklich, würde ich sagen, ist eine luxuriöse Situation, in der ich hier in der Jodet bin, dass genau für sowas mal Geld bereitgestellt wird. Also dass meine Aufgabe keine andere ist, als zu fragen, wie können wir wissen, wie können wir Praxis und auch Wissenschaft in die Breite transferieren? Und das muss man auch sagen, noch eine Herausforderung in der Wissenschaft ist, dass auch viele Wissenschaftlerinnen, da sind die Praktikerinnen der politischen Bildung, sowohl Lehrkräfte als auch außerschulische Praktikerinnen, viel bereiter und auch geübter darin, zum Beispiel in so einem Gesprächsformat sich ausdrücken zu können, wohingegen viele Wissenschaftlerinnen da an einigen Stellen ganz schön Berührungsängste haben, sage ich jetzt auch mal, und da manchmal auch so ein bisschen mehr gepampert werden müssen noch in Vorbereitung auf so einen Podcast oder auch danach für die Veröffentlichung zu sagen, ja, okay, aber versucht euch auch auf dieses Format von einem Gespräch einzulassen. Also versucht bitte nicht jetzt einfach einen Vortrag in diese Podcast-Mikro reinzuerzählen und in eurer Sprache, wie ihr schreiben würdet, jetzt hier sowas zu erzählen, sondern versucht euch bitte wirklich auf so ein Gesprächsformat einzulassen. Da gibt es an einigen Stellen auch noch ganz schöne Herausforderungen. Also für uns, um die Frage mal zu beantworten, was diese Termingewinnung betrifft, weil ich mal einen kurzen Schritt mal zurück zum Thema Technik, weil mich das jetzt gerade so interessiert hat, der Punkt, natürlich ist gute Technik wichtig und kann Motivation sein. Ich glaube, man kann auch mit profaner Technik anfangen. Also unser erster Fall gehört, also ich hatte schon ein gutes Mikrofon, der Rest nicht und aufgenommen wurde das alles so halbwegs. Mittlerweile steht hier, also von mir selbst finanziert allerdings so ein Rode-Gerät und ein Mikrofon nicht von Rode, sondern ein besseres, aber egal. Nee, aber die Schüler wurden mit ausgestattet mittlerweile, aber wir haben es tatsächlich ja über Spendengelder gemacht, weil wir irgendwann HörerInnen uns unterstützt haben, was wir nie wollten, also völlig zu betonen, wir haben nie gesagt, unterstützt uns, sondern unterstützt andere, die davon leben, aber irgendwann kam mal Gelder und die haben wir über einen Förderverein dann benutzt, um im Mikrofon zu investieren. Zur Termingewinnung, also ich muss sagen, anfangs war das immer so dieser profane Gedanke, man hat dann so ein Thema, keine Ahnung, aktuell Iran, so dann guckt man mal und man findet bestimmt einen Gesprächspartner, der nächste Woche mit uns sprechen kann. Nein, kann man nicht. Also wir planen mittlerweile Halbjahreszeiten fast vor, das geht natürlich nicht ganz, weil man ja auch aktuell sein will, aber wir auch immer Themen suchen, die vielleicht nicht immer tagesaktuell sind. Also mal jetzt ein Beispiel, die Gesprächspartner für den Oktober, das wird einerseits ein Gespräch über Großbritannien mit dem Spiegelchef aus Großbritannien und mit dem Professor Michael Koss über die Linken und die Grünen, das habe ich im Sommer festgemacht. So die Novembertermine habe ich jetzt vor einem Monat festgemacht. Also so viel Vorlauf braucht man in etwa, jedenfalls bei Gästen, die man langfristig planen kann, einfach weil die auch selber den Vorlauf brauchen. Und bei der Termingewinnung ist es immer so, wir versuchen immer einen Termin im Monat zu blocken, der feststeht als Aufnahmetermin und wenn der nicht passt, müssen wir halt voraufnehmen einen Teil. So nennen wir das dann immer. Also wir produzieren dann manchmal Gespräche vor. Das ist nicht günstig, weil eine Hauptaufnahme, das gemeinsam irgendwie besser entsteht und teilweise bei den Voraufnahmen auch nicht alle dabei sein können, die bei der Hauptaufnahme dabei sind. Aber das geht dann halt nicht anders. Wir richten uns dann so ein bisschen nach den Gästen und wie die Zeit haben. Und weil das Phil vorhin so schön betont hat mit Familie, also ich habe auch Familie, so ist das nicht. Und meine Frau würde mich auch lieber auf der Couch sehen oder bei meinen Kindern als hier in meinem Arbeitszimmer. Aber ich sage mal, das ist quasi der Deal, den wir gefunden haben, dieses Projekt so durchzuführen, dass es irgendwie funktioniert für mich. Und deshalb kriegt man das irgendwie schon gedeichselt, wenn man das miteinander möchte. Aber ich würde schon sagen, dieses Termingewinnung, diese Zeitfindung ist schon kompliziert. Und man muss auch mal gucken, wie dann die anderen Zeit haben und wie man diese Termine legt. Und teilweise kommen ja auch die Gäste dann von unseren FlüsterInnen selbst, die die organisieren. Und dann wird es ganz kompliziert. Also kurzum, diese Termingewinnung, Gästegewinnung ist schwierig. Meine Erfahrung ist aber jetzt nach zwei Jahren, nach zweieinhalb Jahren, wenn ich eine E-Mail schreibe und sage, ich bin der und der, mache das und das, kommt die E-Mail zurück. Ja, kenne ich. Und das macht es schon einfacher. Also wenn ich noch lange erklären muss, übrigens, wir machen das und das, wir reden mit denen und denen, hören Sie mal in die Folge rein. Das macht dann schon die Gästegewinnung manchmal ein bisschen einfacher. Also mittlerweile haben sich da Türen geöffnet, die sie früher nicht geöffnet hätten, aber ändert nichts daran, dass es trotzdem kompliziert bleibt. Phil, du siehst so aus, als ob du hier willst. Ja, ich habe mir vorgenommen, nicht so viel zu reden. Als Rheinländer rede ich oft sehr viel. Und ich habe eins gemerkt, und das passt eigentlich auch zum Podcast, wenn man über Sprachbildung spricht, man muss auch zuhören. Und das lernt man beim Podcast. Das heißt, in so einem Podcast müssen die Schülerinnen und Schüler nicht nur Fragen stellen, sie müssen informiert sein, sie müssen auch zuhören. Und ich finde, das ist eine ganz wichtige Kompetenz, die auch zur Sprachbildung, auch zur politischen Bildung dazugehört. Wer sitzt mir da eigentlich gegenüber? Welche Perspektive nimmt das Gegenüber ein? Und wie kann ich den verstehen und auch wirklich dann nachfragen? Und das Tolle am Podcast, das ganz kurz noch, weil ich das so wichtig finde, ist, das ist immer auch so ein kleiner Überraschungsraum, weil man muss den Schülern und Schülern das Selbstbewusstsein schon vorher auch geben, dass man sagt, ey, frag das und geh dahin in die Themen, auch wenn es nicht geplant ist, die dich gerade im Moment interessieren. Und deshalb entstehen da manchmal, das wurde ja eben auch schon angedeutet, ganz tolle Gespräche, die man einfach vorher nicht so planen kann. Ein Satz vielleicht noch, weil ich das eben vergessen habe, warum wir Podcasts auch gemacht haben, weil es gibt ganz viele Podcasts, aber die sind immer aus der Perspektive, Erwachsene sprechen mit Erwachsenen oder so ein Thilo Jung, den ich gut finde mit jung und naiv, ist aber jetzt kein Schüler oder keine Schülerin, macht aber so ein bisschen da drauf. Und ich finde es total wichtig, dass auch Schülerinnen und Schüler aus deren Perspektive Fragen stellen und dass Jugendliche miteinander sprechen oder Jugendliche aus deren Welt mit Erwachsenen-Experten sprechen und so auch eine ganz andere Sprache in den Podcasts da ist. Und das war auch eine Motivation für die Schülerinnen und Schüler hier, den Podcast anzubieten. Letzter Punkt vielleicht, um dann nicht so viel zu reden, ist, ich glaube, man kann auch weiterdenken. Also es muss nicht nur ein Podcast sein, der gerade ein spannendes Thema hat oder einen spannenden Gast, sondern es kann auch ein Podcast sein, wo nur Schülerinnen und Schüler miteinander diskutieren. Also ein Projekt, was wir jetzt neu aufgelegt haben, ich habe es eben schon mal kurz angedeutet, ist ein Podcast, der soll heißen We Can Work It Out von diesem Beatles-Song. Und zwar haben wir festgestellt, dass die Schülerinnen und Schüler total Bock haben, zu diskutieren. Die wollen, die kriegen natürlich auch mit, dass wir in einer wahnsinnigen Transformation von verschiedensten Bereichen in der Gesellschaft sind. Wir sind wahnsinnig politisch und die wollen diskutieren. Im Unterricht ist aber nicht genau genug Zeit dafür zum Teil. Und politische Bildung lebt ja davon, dass am Ende Urteilsfähigkeit und eine Handlungskompetenz gefördert wird, wo man auch einübt zu diskutieren. Das, was eine pluralistische Demokratie braucht, und wir merken es ja, dass das überhaupt nicht in der Gesellschaft auch gegeben ist, schaut nur nach Amerika, wo man überhaupt nicht mehr miteinander redet, oder in andere Ländern. Wir merken, dass Demokratie, ich versuche das gerade politikwissenschaftlich zu betrachten, aber wir merken gerade, dass in diesem Jahrhundert geht es auch darum, setzen sich Autokratien durch oder Demokratien? Im Moment sind die Autokratien im Vormarsch, seit ungefähr zehn Jahren. Wir brauchen Kompetenzen, wir müssen da früh anfangen zu debattieren, andere Meinungen auszuhalten. und es ist immer, in jedem Schulbericht steht, wir erziehen die Schülerinnen und Schüler zu mündigen, toleranten Bürgern. Aber das ist anstrengend, das muss man lernen. Und so ein Podcast gibt da eine Möglichkeit. Und dieser Podcast, den wir jetzt neu machen, We Can Work It Out, geht genau darum. Also wir wollen diskutieren, die Schülerinnen und Schüler untereinander. Das ist eigentlich eine ganz übliche Makro-Methode pro Kontra-Diskussion oder Talkshow, die man sonst im Unterricht macht. Aber durch dieses Medium Podcast und die Technik, die damit verbunden ist, hat das nochmal so eine ganz neue Dimension, weil man kann am Ende das Gesprochene auch nochmal reflektieren. Man kann schauen, wie hat man reagiert in dem Moment, wo man möglicherweise kein gutes Argument hatte oder der andere ein besseres Argument hatte. Und das finde ich nochmal ein Punkt, den man herausstreichen könnte. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal kurz bei dem, wir kommen gleich auch nochmal auf die Erwachsenenbildung quasi, Transfer von Wissenschaftsleistung, aber ich würde tatsächlich ganz kurz nochmal Phil und Tia bei euch bleiben, weil das natürlich schon spannend ist, wenn ihr Kinder und Jugendliche so mit einbezieht. Ihr macht das ja auch unterschiedlich. Also entweder gebt ihr ihnen komplett die Verantwortung, sie sind quasi die Host, teilweise moderiert ihr selber mit. Deswegen fände ich das tatsächlich ganz spannend nochmal zu hören, wie geht ihr damit eigentlich um? Wie sehr bereitet ihr das vor? Wie sehr bereitet ihr das auch quasi didaktisch vor? Habt ihr, Phil dort gesagt, aus dem Unterricht heraus, manchmal eine Vorbereitung dieser Folgen? Pierre, du hattest von dieser gemeinsamen Plattform erzählt, auf der ihr dann arbeitet. Also das fände ich nochmal ganz spannend, weil ich kann mir vorstellen, dass das Zuhörerinnen und Zuhörer interessiert. Wie kann man das didaktisch vorentlasten oder muss man das überhaupt? Wie sehr ist es am Ende dann vielleicht doch vor allem eine Frage stellen? Also wie gelingt es sozusagen daraus ein Gespräch zu machen? Und das, was natürlich auch noch total spannend ist, bei euch nochmal eine andere Perspektive als Bettina, nämlich, ich habe gehört, wie ihr das macht, nämlich Anonymität zu wahren. Bei Kindern und Jugendlichen ist es natürlich nochmal eine ganz besondere Situation, wenn so eine Podcast-Folge für immer online steht, sie aber eben noch in einer Reife, in einer Entwicklungsphase sind, bei der ihnen das vielleicht möglicherweise irgendwann unangenehm ist. Ihr scheint euch dafür entschieden zu haben, dass sie das entweder mit Initialen oder Vornamen quasi so gut wie möglich anonymisieren. Das würde uns auch nochmal interessieren, wie seid ihr eigentlich dazu gekommen, warum ist euch das wichtig und genau, gibt es da eigentlich auch noch irgendwie so eine Art von Filterprozess, also Eltern und oder Schulleitung, die da irgendwie mit reinwirken? Könnt ihr uns dann mal daran teilhaben lassen, wie sich das entwickelt hat? Phil, willst du anfangen? Ich bin immer der Erste. Ich gebe das dembei gerne mal zu dir an den Rheinländern. Ja, okay, alles klar. Ich glaube, da muss man immer schauen. Also ich hatte am Anfang das vielleicht auch noch ganz grundsätzlich, man muss einfacher ausprobieren. Ja, also einfach machen und sich diesen Überraschungsraum hergeben und überlegen, worauf hat man gerade Lust? Was passt zu der Lerngruppe, zu den Schülerinnen und Schülern? In dem Zukunftsgeflüster, was wir jetzt hatten, ging es eigentlich darum, dass die Schülerinnen und Schüler sollten sehr stark ihre Interessen und auch ihre Sprache finden in diesem Podcast. Das war sehr wenig geleitet. Ich habe da auch sehr großes Vertrauen. Also ich finde, wir können den Schülerinnen und Schülern oft auch total viel vertrauen und die geben einem wahnsinnig viel zurück, wenn man die einfach mal machen lässt. Und dahinter ist auch eine Idee von Fehlerkultur. Also erst mal diese Angst zu nehmen, was falsch zu sagen, was so verbreitet ist überall. Und wenn man vorher sagt, hey, folge dann, sei vorbereitet, ja, überleg dir Fragen, aber geh von, worauf hast du Lust, was interessiert dich? Setz dich mit dem Thema auseinander, setz dich mit dem Gast auseinander und dann habe Selbstbewusstsein, das zu machen. Und da sind wir sehr frei rangegangen. Also ich habe da eine sehr begleitende Funktion eingenommen. Nochmal, aber zu dieser Vorbereitung, Vorbereitung ist wichtig. Also man kann da nicht so einfach mal ein Gespräch führen, fünf Minuten vorher den Gast gegoogelt irgendwo bei Wikipedia und dann hat man ein gutes Gespräch. Man muss sich vorbereiten. Aber ich glaube, diese Mischung aus guter Vorbereitung und dann auch diesem Gefühl, ich kann ja auch fragen, was mir gerade durch den Kopf geht, was mich gerade beschäftigt, das macht dann auch diese neue, diese Qualität aus. Und man muss da auch nicht versuchen, irgendwie auf Erwachsen zu machen, wenn ich eine 15-jährige Schülerin habe, die da sitzt. Die kann auch ihre Sprache sprechen. Das ist gerade ein Punkt, wo ich gerade viel drüber nachdenke. Wie kriegt man gute Sprachbildung, Fachsprache in den Podcast rein? So, aber Vorbereitung ist wichtig. Also das kann man nicht mal so by the way machen. Aber wenn man es nur so für den Unterricht benutzt, kann man das auch, könnte man das auch probieren. Aber alles, was man natürlich nach außen publiziert, muss man vorher abklären. Will man den Namen in einem Podcast haben? Das braucht eine Vorbereitung und eine Begleitung. Da hat man auch Verantwortung. Ich würde da gerne eine Frage gleich oder mit einer Frage gleich einhaken, Pierre, bevor du dran bist. Und zwar sagtest du, Phil, man muss die Schülerinnen und Schüler vorbereiten und man muss ihnen ihre Sprache lassen. bereitest du oder bereitet ihr besser gesagt auch die Gästinnen und Gäste darauf vor? Also sagt ihr denen genau das zum Beispiel? Das sind die Schülerinnen und Schüler, die sind die Hosts und die geben quasi die Sprache auch vor. Also ich habe in eine Folge zum Beispiel reingehört, da wechselten die Schülerinnen immer zwischen sie und du mit dem Gast. Weil das ja für sie natürlich auch ungewohnt ist, dass sie in dem Format wahrscheinlich eher duzen, in einer sonstigen Lebenswelt Erwachsene höchstwahrscheinlich siezen. Genau. Wie steuert ihr das bezüglich der Gästinnen und Gäste? Ja, total gute Frage. Das ist auch wieder so ein Lernpunkt, wo wir gelernt haben, dass das so ein wichtiger Punkt, die Schülerinnen und Schüler noch total unsicher sind. Wir haben natürlich vorher gesagt und auch mit den Gästen abgesprochen und auch gefragt, ob man sich duzen kann und trotzdem sind die Schülerinnen und Schüler immer wieder ins Sie verfallen. Gerade wenn es um den Bereich, wenn es um ein Thema ging. Bei der biografischen Fragerunde sind die meistens beim Du geblieben, aber das ist hin und her geschwankt und manche waren danach total frustriert und ich bin immer das Sie und das Du verwechselt. Und es war auch so, dass wir dann gesagt haben, ist total egal. Wir veröffentlichten das jetzt und wir lernen die ganze Zeit da weiter und ich meine, eins muss man sagen, diese junge Generation, ich weiß, Sascha Logo hat das auch mal gesagt, die sprechen halt den ganzen Tag in diese Dinger rein. Die sind sowas von gut zum Teil im Fragenstellen. Ich hätte das gar nicht so gekonnt. Ich wäre viel zu ängstlich. Wir haben das ja meistens über Zoom auch aufgezeichnet, also auch so wie ihr das jetzt macht hier und so eine Souveränität und dann switchen die mal zwischen Sie und Du. Interessanterweise wurde ich öfters auch darauf angesprochen. Für mich ist das eine Lappalie, das lernt man dann einfach. Aber klar, das war sowas, wo man gemerkt hat, ey, das ist auch was Neues, die sind aufgeregt, klar. Und gleichzeitig haben die es aber ganz toll gemacht. Ja. Also diese Sie und Du Problematik betrifft mich aber auch. In der letzten Folge hatten wir einen Professor, der unbedingt wollte es wie ein Duzen. Ich habe es aber auch nicht immerhin bekommen. Mal bin ich ins Sie, mal ins Du gewechselt. Also das muss ich selber noch lernen. Insofern schließe ich mich da gar nicht aus, was das betrifft. Waren ja jetzt ganz viele Fragen. Also wir machen es tatsächlich auch so in unserem Podcast, wenn man reinhört, die FlüsterInnen sind quasi talanonym, sondern sie haben Kürzel. Die Kürzel ergeben sich aus dem Programm, mit dem wir aufnehmen. Das erzeugt durch den Namen einen Kürzel quasi. Da steht dann sowas wie J-S-A-H-I-N oder wie auch immer. Und mit diesen Kürzeln werden sie auch angesprochen. Also sowohl von mir als auch von Hans. Also Hans ist ja Hans Jessen, unser Sidekick, der immer dabei ist, als auch von den Gästen. Die Gäste wissen das vorher. Also die werden von mir das, die sie so anzusprechen haben. Und ab und zu passiert es mal, dass dann doch mal der richtige Name fällt, aber dann schneide ich es raus, soweit ich es raus kann. Sonst schneide ich ja den Podcast nicht. Und genau, das ist quasi als allererstes diese Kürzel, so um ihre Teilanonymität quasi zu wahren, wenn man das so nennen möchte. Und dann zum Thema Vorbereitung. Also ja, ursprünglich war das mal so gedacht, so ein bisschen, wie es Phil angedeutet hat. Also die Fragen kommen aus dem Unterricht, die kommen so ein bisschen aus der aktuellen Politik, wird ja hier auch irgendwie besprochen und wir nehmen es in den Podcast mit. Das ging irgendwann nicht mehr, weil wir eben zu professionell werden wollten, muss man so auszudrücken. Also so ein bisschen, dem ja auch entlitten sind, der reinen Schulwelt. Zweitens, weil das personell nicht mehr ging, weil ich diejenigen, die mal die erste Gruppe waren, nie die Tür zu schließen wollte. Und gesagt habe, wenn ihr Lust und Laune habt, dann bleibt doch dabei, auch wenn ihr studiert. Und drittens, auch so ein bisschen, weil es zeitlich nicht immer machbar ist. Das heißt, bei uns läuft es tatsächlich so, wenn wir Themen festlegen, Redaktionskonferenzen, da gibt es halt kollaborative Dokumente in unserer Plattform, auf der wir da arbeiten. Und da wird dann halt gemeinsam Ideen geshert, wenn man das so nennen möchte. Welche Fragen kann man stellen? Was können passende Diskussionsfragen sein? Plus eben bis dahin, wer kann das Ganze moderieren? Also tatsächlich ist es so, dass ich ja sehr häufig moderieren darf, aber ich gebe das auch gerne ab. In der nächsten Ausgabe zum Beispiel werden beide Teile von anderen moderiert. Das ist so ein bisschen zeitlich abhängig. Also dadurch, dass das eben in den schulischen Kontext nur angebunden ist, sage ich mal, kann ich ja von niemandem erwarten, der noch in voller Belastung ist, dass er da große Sachen gerade übernimmt. Also gucke ich immer, wie Kapazitäten frei sind und wenn man mir sagt, Mensch, da und da ist das frei, dann guck mal, das Thema wäre doch deins oder nicht. Und dann moderieren sie das. Es wird übrigens auch von den HörerInnen sehr gut rückgemeldet. Also die freuen sich darüber, wenn man nicht meine Stimme hört, denn die meisten Fan-E-Mails gehen nicht an mich, Gott sei Dank, sondern an die Flüster erinnern. Insofern ist es ganz schön, wenn das so ist. Und sonst von der Schule aus, also ich habe das Glück, dass mein Schulleiter mir quasi freie Hand immer gegeben hat, gesagt hat, ja, solange du das Ganze datenschutzkonform machst, alles gut. Das heißt also nicht, ich muss ihn die Folge vorher schicken, sondern wenn wir aufgenommen haben, ich die geschnitten habe, hochgeladen habe, dann geht es ihm nachts online und dann kriegt er von mir einen Link und sagt, hier bitte auf die Homepage und dann ist gut. Damit ist ja auch d'accord, solange da eben nichts Falsches passiert quasi. Und bei den Eltern ist es so, dass die natürlich vorher informiert wurden, die diese Datenschutzerklärung selbstverständlich unterschrieben haben und wir dann einfach in unserem eigenen Raum da agieren und arbeiten. Und was wir halt selber festgestellt haben, ist jetzt natürlich, weil wir eben, wie gesagt, eine Gruppe sind von SchülerInnen in der Schule und zum Teil, die eben schon Absolventen sind, dass wir einfach immer diese Redaktionskonferenzen brauchen. Das sind so unsere Räume. Oder wir treffen uns dann einfach im Sommer mal zum Abschluss Eis essen und werden das Jahr mal aus und reflektieren, was können wir anders machen. Weil das ist tatsächlich so, dass immer sehr viel Feedback verlangt wird. Es kommen ja auch sehr viele E-Mails bei uns an und da kann man, hat man mal die Chance darüber zu sprechen, was wollen wir verändern, was sind Sachen, die gut gelaufen sind, welche Folgen in diesem Jahr waren vielleicht gut oder was sind Punkte, an denen wir arbeiten müssen. Also dieser Reflexionsprozess letztlich ist es auch, der das Ganze so ein bisschen mitträgt und der auch den Podcast trägt. Und das ist am Ende das, was glaube ich das Schöne ist, wenn man da wirklich mal reinhört und von Anfang bis Ende hört, dann merkt man halt wirklich Entwicklung von Personen, wie sie am Anfang mal gesprochen haben, weil wir von über Sprache geredet haben, wie holprig das war, wie unsicher und wie sie am Ende in Albrecht von Lucke gegen die Wand diskutiert haben. Das ist ja das, was man eigentlich möchte. Also möchte, ist ein schönes Ziel, weil das Lernprozesse transparent macht. Und wenn dann 60.000 einschalten und sagen, es gefällt uns, ist es noch umso besser. Nicht, dass es wichtig wäre, aber es bestätigt noch da drin, dass das Produkt letztlich, was da rauskommt, auch noch ein Interesse ist. Also kurzum, ich will damit sagen, das ist so ein, es bleibt ein geschützter Raum, die Namen werden niemals veröffentlicht, irgendwie, aber hinter diesen Kürzeln quasi können sie ihre Persönlichkeit so entwickeln und ausleben, wie es eben sinnvoll ist. Kann ich als Hörer des Podcasts total bestätigen und es ist eigentlich super schön zu sehen, dass das eben auch geht. Das ist ja auch was Besonderes. Der digitale Raum ist ja oftmals auch ein anonymer Raum. In dem Fall ist er vor allen Dingen deswegen anonym, um sie auch zu schützen, die Schülerinnen und Schüler. Und man weiß dann aber schnell auch, wer wer ist. Möglicherweise in der Schulgemeinschaft noch viel mehr. Die Schülerinnen und Schüler kennen sich natürlich untereinander. Aber auch als Hörer geht es mir so, dass ich dann bestimmte Kürzel schnell zuordnen kann. Und du hast es ja schon beschrieben mit der Fanpost. Darauf wollen wir gleich auch noch zu sprechen kommen, auf Feedback oder wie ihr sozusagen eigentlich mit den Rückmeldungen der Hörerinnen und Hörer umgeht. Und da wollen wir dich, Tina, auch wieder quasi mit zurückholen. Bevor wir aber auf das Feedback zu sprechen kommen, interessiert mich tatsächlich noch das Thema Schneien. Also wir haben bisher immer One Cuts gemacht und haben das auch den Gästen gesagt, dass wir das anstreben. Und Tina, du hast es ja gerade schon beschrieben, bei dir ist es ja manchmal schon oder euch auch eine besondere Situation, dadurch, dass ihr auch Erkenntnisse aus Forschungsprojekten beispielsweise thematisiert, bei denen es dann vielleicht doch am Ende so ist, dass das gesprochene Wort, das lockere Gespräch dann vielleicht dazu führt, dass man einen Aspekt ausgesprochen hat, der dann aber vielleicht doch eigentlich anonymisiert werden müsste. Genau, gab es so ein Problem schon mal und wie geht ihr mit dem Thema Schneiden um? Das finde ich sehr spannend. Ja, also natürlich gab es schon solche Momente. Also es gab Momente, in denen man dachte, okay, das hätten wir jetzt gar, das hätte jetzt gerade so nicht gesagt werden dürfen, weil zum Beispiel auch in Forschungsprozessen ja eben Anonymität irgendwie auch wichtig ist und auch einige AkteurInnen geschützt werden müssen und wir ja, also auch mit der Besonderheit unseres, unser aller Themen, wir bewegen uns alle im Bereich politischer Bildung, politischer Themen und da ja auch manchmal so, also bestimmte Begrifflichkeiten, bestimmte Äußerungen einfach Sprengkraft haben, nenne ich es jetzt irgendwie mal. Das ist aber bei uns gar nicht so der Beweggrund gewesen, warum wir uns entschieden haben, auch unseren GästInnen vorher zu sagen, dass es die Option auf Schneiden gibt. Also es ist nicht so, dass Menschen jetzt bei uns sozusagen die Podcasts nochmal abnehmen dürfen oder irgendwas, bevor sie dann veröffentlicht werden. So ist es nicht. Aber das ist tatsächlich was, was wir aus Erfahrung vor allem auch mit Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern gemacht haben, dass es ein bisschen Sicherheit vermittelt. Also ich habe das gesagt, die Menschen, und da geht es eben nicht nur jungen Menschen, sondern auch erwachsenen Menschen, die sind super aufgeregt, wenn die zu uns in den Podcast kommen. Also so schön die Podcast-Technik ist und so wertschätzend, sie macht trotzdem auch Angst. Also wir haben wahrscheinlich ein sehr ähnliches, wenn nicht sogar das gleiche, Aufnahmetour mit ganz vielen bunten Knöpfen zum Drücken und so weiter. Und auch dieser Moment, wenn man sich selber dann sprechen hört, macht ja trotzdem unsicher. Und dann merkt man manchmal, oh, jetzt habe ich irgendwas gesagt, es war ganz schwierig. Und das würde ich gerne nochmal sagen. Und das ist, glaube ich, was, warum wir uns vor allem entschieden haben, zu schneiden oder die Option auf Schneiden zu geben, weil wir den Leuten sagen wollen, wenn ihr merkt, ihr wolltet einen Gedanken rüberbringen und es ist völlig, ihr seid völlig lost irgendwie, dann dürft ihr nochmal anfangen. Also das ist kein Problem. So was können wir rausschneiden. Und das vermittelt, glaube ich, viel Sicherheit. Also wir haben auch Folgen, in denen wir quasi gar nichts geschnitten haben, also die so durchgehen. Und das ist für uns auch einfacher, weil das Schneiden schon sehr, sehr viel Zeit einfach in Anspruch nimmt und ja auch technisch auch nicht ganz unherausfordernd ist. Also wir haben dadurch, dass wir öffentlich gefördert werden, haben wir natürlich schon den Anspruch auch, also ich sage mal, wir bewerben uns nicht für den Technikpreis im Bereich Podcast, aber trotzdem ist es so, dass wir natürlich für die Hörerinnen möglichst gute Audioqualität irgendwie herstellen wollen. Und ich bin ganz, ganz froh um unsere studentischen Mitarbeiter in Anton und Paul, die alles bei uns schneiden, was oder auch technisch angleichen und so weiter. Ich habe damit gar nichts zu tun und bin Gott froh darum, weil ich wirklich gar keinen Plan davon habe. Aber es vermittelt vor allem, glaube ich, für unsere Sprecherinnen im Podcast, für unsere GästInnen mehr Sicherheit. Also weil wir ja eben doch nicht nur so ein Gesprächsding sind, sondern zum Beispiel, wenn ich den Inhalt, das Ziel oder Erkenntnisse aus meiner Studie vorstellen soll, dann kommt es ja manchmal schon darauf an, dass ich es gut rüberbringe und dass ich es auch gut auf den Punkt bringe. Und da brauchen eben die einen oder anderen dann auch mal zwei Anläufe. Also es ist jetzt gar nicht so, dass wir viel schneiden, aber ab und zu merkt man schon, dass man sagt, ich würde jetzt gerne nochmal ansetzen. Und das habe ich gerade irgendwie gar nicht so gut auf den Punkt gebracht. Und da schneiden wir. Und wir schneiden auch natürlich, weil wir am Ende eben nochmal bei uns Takeaways einsprechen, in denen wir zusammenfassen, was ist hier gerade politisch-bildnerisch eigentlich für Feuer drin gewesen, was gilt es irgendwie rauszuziehen. Und das wird am Ende hinten nochmal drangeschnitten. Wir haben Jingles, wir haben Hausmitteilungen, wir schneiden O-Töne an den Anfang, um so ein bisschen Lust auf die Folge zu machen, um ein bisschen zu hören, was gibt es eigentlich in der Folge zu sagen, um auch so ein paar schöne, prägnante, lustige Sätze rauszuholen. Und das machen wir sozusagen auch im Schneideprozess. Wie handhabt ihr das, Phil und Pierre? Also wir könnten als lustigen Satz auf jeden Fall herausziehen von Phil, ich möchte eigentlich gar nichts sagen oder nicht so viel reden im Podcast. Wie geht es euch beiden? Wie schneidet ihr? Also wir, also ich habe es vorhin schon gesagt, versuche möglichst wenig zu schneiden. Also für mich ist das Working in Progress. Und wenn halt eine Aussage von jemandem, der da hochdekorierter Professor ist, falsch läuft, dann läuft es halt falsch. Also Melanie Brinkmann in ihrer Aufnahme dann mal reinhört, die hat da glaube ich mehr Umgangssprache drin als alles andere. Ist dann aber auch okay, da merkt man, das sind auch nur Menschen. Wir haben tatsächlich, also ich habe aus der eigenen Praxis abgesehen jetzt von dem, wo mal irgendwelche Kürzel gefallen sind, die Namen gesagt worden sind, im Prinzip nur zwei Beispiele gab, wo ich mal schneiden musste. Ein Beispiel war unsere Folge zum Antisemitismus, Spezialfolge in diesem Jahr. Da hat, da war ein Professor mit dabei, der eine Aussage getätigt hat, nochmal revidiert haben wollte. Und der hatte nur Glück, weil wir diese Folge vorproduziert haben und sie deshalb erst später veröffentlicht von uns, knapp einen halben Monat später, weil wir die Abiturphase nicht produzieren. Und dadurch konnte ich es noch schneiden. So, wenn Ihnen das sonst aufgefallen wäre, einen Tag später wäre die Folge schon on air und die ist innerhalb der ersten Stunde schon 40.000 Mal gedownloadet, weil die meistens automatisch machen. Da wäre es zu spät. Und das war das eine Mal. Das zweite Mal war eine Aufnahme mit einem Gast, wo das Internet bei ihm nicht ging. Und dann haben wir über Telefon, also hier das tolle Gerät, was alle hier haben, kann ja auch Telefonaufnahmen machen. Und dann haben wir über Telefon gemacht und da musste ich schneiden, weil das war teilweise so grausig. Aber sonst versuche ich nicht zu schneiden, das wissen die Gäste eigentlich auch. Und sie müssen theoretisch auch nach der Aufnahme sehr schnell reagieren, weil das dauert dann manchmal eine Stunde, Stunde 30. Dann ist das Ding online oder geht online und dann ist es zu spät, weil dann kann ich es zurückziehen und nochmal neu schneiden. Aber das bringt eigentlich nichts. Wir sind da noch gar nicht so professionell. Also wir sind gerade am Anfang und experimentieren rum und haben versucht, das irgendwie in der Schule einzubauen oder auch mal nachmittags. Natürlich, wir haben uns abends getroffen, aber wir hatten noch nie den Fall, wo wir gedacht haben, das müssen wir jetzt aus den und den Gründen schneiden. Bei uns war eher das Gefühl und das sollten auch die Schülerinnen und Schüler entscheiden, natürlich auch der Gast, aber da kam nie was, aber die sollten entscheiden, ist das jetzt okay für die und eigentlich wollten wir diesen Charakter auch darstellen. Wir sind jetzt noch keine Profis. Manchmal finde ich es auch ganz charmant, wenn da jetzt nicht alles perfekt ist. Also das war gar nicht unser Anspruch jetzt in diesem Podcast. Wie gesagt, wir versuchen auch, andere jetzt sind in Planung gerade, wo das vielleicht dann der Fall sein wird. Aber in dem jetzt nicht. Ich glaube, das muss man sich überlegen, auch für welches Publikum macht man das gerade. Also wer ist die Zielgruppe? Bei uns ist die Zielgruppe die Schule an sich, also die Schülerinnen und Schüler jetzt vor allem aus der siebten bis zur zwölften Klasse und auch vielleicht die Eltern, die das interessiert. Wir haben aber auch noch gar nicht so einen Überblick, wer das jetzt alles hört. Die pushen das auf Instagram, wie sie immer so schön sagen und dann haben wir da, keine Ahnung, 200 Likes oder irgendwie sowas. Das finde ich schon toll. Ich freue mich auf einmal über Likes. Das habe ich vorher überhaupt nicht bedacht. Und lerne da selber total viel bei. Vielleicht für alle, die jetzt zuhören und sagen, eine Sache, glaube ich, sollten wir auch noch sagen, weil das wird immer so, alle, die so Profis sind, die können das so schnell. Also ich wusste am Anfang überhaupt nicht, wie man eine gute Homepage baut. Und ich habe dann aber gedacht, okay, das wissen die Schülerinnen und Schüler auch nicht alle und habe dann einen Freund von mir, der das kann, den habe ich dann eingeladen und der hat uns das dann gezeigt. Wir haben ein Tutorial aufgenommen. Ich habe das dann als ganze Kollegium geschickt. Es kam aber noch nicht so viel Feedback. Also alle sind gerade eher so, boah, ich will jetzt Weihnachten irgendwie durchhalten. Aber das ist nun mal da jetzt und es wird, also was ich damit sagen will, ist für alle, die jetzt zuhören und sagen und Berührungsängste haben, ey, probiert es einfach mal aus, macht es und habe jetzt nicht den Anspruch, das zu erreichen, was jetzt Pierre macht, weil ich total super finde. Aber das ist jetzt gar nicht direkt unser Ziel, auch gar nicht unsere Zielgruppe. Wenn es so passiert, super, aber ey, just go for it. Jetzt werde ich schon englisch. Was mich noch interessieren würde, tatsächlich, wie ihr das erlebt, Steve und ich, wir haben durchaus ein paar Folgen gebraucht, bis wir auch so die nonverbale Kommunikation hinbekommen haben. Wir befinden uns noch nicht in einem Raum. Tina sagte vorhin, du nimmst mit den GästInnen in eurem Studio vorwiegend auf und ich hatte in einer Folge bei euch, Phil, auch gehört, wie die SchülerInnen sagten, ja, unser Lehrer zeigt gerade mit dem Daumen nach oben. Stimmt. Sodass einfach neben dem gesprochenen Wort, auch trotz dessen, dass es dieser sehr geschützte Raum ist, eben auch die nonverbale Kommunikation dazugehört. Welche Rolle spielt die für euch und wie bereitet ihr eure GästInnen oder eben auch die SchülerInnen darauf vor? Tina, magst du anfangen? Ja, kann ich machen. Ja, also ich würde schon sagen, also wir hatten bisher Glück, dass die meisten von unseren Aufnahmen tatsächlich in einem Raum stattgefunden haben und ich finde, das ist total wichtig, also weil genauso wie es ein Learning ist, dass ich das, am Anfang dachten wir schon, dass wir viele Aufnahmen als mit einer Person in der Verantwortung von unserer Seite machen. Ich finde, das ist wirklich herausfordernd. Also ich bin sehr, sehr dankbar, dass wir oft die Möglichkeit haben, das zu zweit zu machen, weil das hat Phil, glaube ich, vorhin schon mal gesagt, man muss zuhören. Also es ist kein Gespräch, ich kann jetzt hier nicht meinen Text runter erzählen und mir ist es egal, was die anderen sagen, sondern man muss zuhören und ich finde, was ganz viel in der nonverbalen Kommunikation stattfindet, auch in so einem Gespräch, ist ja so ein Gefühl füreinander zu kriegen, auch von Zustimmung, Ablehnung, wo haben wir Dissens, wo hat jetzt jemand Lust, mehr und weiter zu erzählen. Also was wir vorhin hatten, auch dieses, es ist so eine Schattstruhe, so ein Gespräch und darauf muss man sich ja einlassen, man muss so ein bisschen ein Vibe miteinander finden irgendwie und das ist ganz viel nonverbal. Also wir merken auch, dass wir, ich habe das jetzt immer wieder gesagt, unsere Gästinnen sind ja auch, genauso wie wir, auch nervös einfach und man kann sich nonverbal in diesem Raum Sicherheit vermitteln. Also ich glaube, das ist was, was bei uns ganz, ganz viel über Nonverbalität abläuft. Also dieses sich selbst stärken und sagen, ah ja, das ist spannend und ja, das ist gut und ihr habt das gut formuliert und das läuft doch gut. Also das nonverbal rüber zu bringen, weil man das ja nicht die ganze Zeit sagen kann. Also man kann nicht die ganze Zeit im Podcast sagen, oh, das hast du ja super gesagt, sondern das irgendwie zu vermitteln und sich selbst miteinander ein Gefühl geben für die Situation, für das Gespräch, Sicherheit zu vermitteln, das läuft ganz, ganz viel nonverbal. Das machen wir auch zu zweit. Also wenn wir, wir sprechen nicht vorher ab, wer welche Frage stellt, sondern wir merken im Miteinander, im uns angucken, jetzt ist eine Stunde rum, wir müssen los oder die Frage hatten wir schon, das lassen wir weg. Das wird alles nonverbal kommuniziert. Das ist aber auch ein Grund, warum, ich weiß nicht, ob es euren SchülerInnen auch so geht, nach einer Podcastaufnahme könnte ich mich direkt schlafen legen. Ich bin fix und alle, weil dieses aktive Zuhören, irgendwie reagieren, den anderen Sicherheit vermitteln, die ganze Zeit das Gespräch trotzdem mit rotem Faden im Kopf behalten, die Übersicht behalten, das ist super herausfordernd, also da dabei zu bleiben. Also danach fühle ich mich, bin ich fix und alle, wirklich. Weil das schon viel passiert. Also wir sprechen, wir denken, wir geben nonverbal Sicherheit, Rückmeldung und alles und danach bin ich erst mal gefühlt jedes Mal urlaubsreif. Wie ist das bei euch, Phil und Pierre? Übt ihr das mit den SchülerInnen? Besprecht ihr das vorher, was die nonverbale Kommunikation anbelangt? Was gerade gesagt wurde, finde ich total schön, also da kann ich total zustimmen. Also das ist ganz wichtig, was für ein, ich glaube gerade wurde es mit Vibe beschrieben, aber darum geht es, wie ist die Stimmung im Raum, wie ist das, was du eben angesprochen hast, da ging es um irgendeinen Film, glaube ich, von Richard Linklater und ich habe den Daumen hoch gemacht, weil ich das mal auch von Filmen oder Musik erzähle und das zeigte mir dann in dem Moment auch, dass ich irgendwie doch dabei bin und dieses nonverbale, natürlich immer eine ganz wichtige Komponente für SchülerInnen ist, SchülerInnen darstellt, für Sicherheit und Vertrautheit und das, was ich eben schon mal angesprochen habe, das nonverbale, wie schaut man die SchülerInnen an, wenn die auch einen Fehler machen oder sich mal kaputt lachen oder ein Wort verhaspeln und dann einfach so, ey, alles gut. Das ist wichtig für so ein Gespräch jetzt in unserem Kontext von Schule und das soll auch, das ist zumindest jetzt bei mir in diesem Podcast, soll auch ein Gegenmodell sein oder ein Gegenraum, zu dem immer nur effizient, perfektionistisch zu sprechen, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, sondern sich auszuprobieren, wie spreche ich da eigentlich gerade und da ist ganz wichtig die nonverbale Kommunikation, was man vorab auch sagt. Also das kann man nicht in dem, sagen, ich mache das jetzt mal im Podcast, das muss vorher auch schon klar sein, dass dieser Spirit da irgendwie vorherrscht. Also vor der Zustimmung zu dem, was Phil gesagt hat, gleichwohl geht es bei uns ein bisschen anders, weil wir uns ja nicht in einem wirklichen Raum treffen, sondern virtuell. Dazu kommt, dass viele der FlüsterInnen eine Internetverbindung haben, die schwierig sind. Heißt also, wenn das Bild es nicht hergibt, dann ist das Bild halt aus, denn der Ton ist das, was wir brauchen. Wir haben also irgendwann mal beschlossen, es ist schon schön, wenn man sich dabei sieht, gerade weil man eben auf körperliche Reaktionen auch reagieren kann, auch wenn es bloß ein Gesicht verziehen ist, woraus sich JHS mal lustig macht oder so, aber das geht halt nicht, wenn die Kamera aus ist. Die kann durchaus aus sein und dann hat es nicht hergibt. Deshalb haben wir irgendwann gesagt, okay, wir versuchen halt, Reihenfolgen festzulegen, einfach klassisch über so ein Meldesystem, also man kriegt quasi diesen Meldebutton bei unserem Dings an, dann gibt es so eine Art Reihenfolge, die ist jetzt nicht chronisch, also wenn irgendjemand irgendwas sagen möchte, dann macht man in Blütersicht und spricht, aber das war auch so ein Prozess. Also wenn man die ersten Folgen hört, der weiß dann noch, okay, da war das noch sehr, sehr systematisch und sehr, sehr nach dem Ablauf und sehr nach der Meldung und mittlerweile wird dann auch mal klar geschossen, wenn irgendwas nicht passt oder so. Das heißt, es geht also auch über digitale, nonverbale Mittel. Wenn man das so nennen möchte, dann wird es halt mal irgendwo applaudiert, dann kommt es mit dem Applausierbutton bei irgendjemandem, was gesagt hat. Das geht natürlich im digitalen Raum quasi auch, aber das ist ein anderer Prozess, weil man sich an diese digitalen Zeichen halt erst gewöhnen muss und auch die Gruppe, die daran teilnimmt, erst lernen muss, wie geht man damit um. Also bestes Beispiel, wenn ich halt als Nächster in der Reihenfolge dran bin und keiner entmütet sich, müsste ich mich schon entmuten, während der andere noch spricht, damit diese Pause möglichst kurz ist. Alleine das zu lernen, also so ein technischer Schritt, das dauert ja auch einen Augenblick und insofern, das ist bei uns also quasi ein bisschen anders. Gleichwohl diese Mittel natürlich trotzdem notwendig, sind, um den Gesprächsfluss irgendwie zu ermöglichen und auch denjenigen, die das Ding moderieren oder auch den Gästen natürlich auch eine Möglichkeit geben, irgendwie reagieren zu können. Insofern ist es hier nur digital, aber genauso. Wir haben gesagt, wir wollen ganz gerne zum Ende nochmal über Feedback sprechen, Rückmeldungen, die ihr vielleicht bekommt aus der Schule, aus der Community oder von den vielen tausend Zuhörerinnen und Zuhörern. Genau, was sind denn so eure Erfahrungen? Gibt es viel Rückmeldungen? Und ich habe das zum Beispiel, Pierre, bei dir im Podcast schon gehört, dass dann eine der Flüster drinnen so was sagte wie, jetzt muss ich genau aufpassen, weil jetzt wird es wieder ganz viele E-Mails geben und dann trotzdem sagte, was sie dachte. Genau, also wie ist dann so eure Erfahrung? Wie viel Rückmeldung kriegt ihr? Und sind die manchmal auch unter der Gürtellinie? Das ist, glaube ich, auch eine Angst, die viele dann haben, und wenn ich damit in den öffentlichen Raum gehe, stelle ich mich dann irgendeinem Shitstorm oder gibt es auch diese Art von negativer Rückmeldung, die dann eher demotivierend wäre? Du hast mich ja zuerst angesprochen. Ich fange mal an vielleicht. Also wir kriegen sehr viel Rückmeldung. Also es ist so mittlerweile so 500 bis 700 E-Mails pro Folge ist normal. Also wir haben tatsächlich nicht irgendein Forum oder so. Es läuft alles noch über die alte klassische E-Mail-Adresse podcast.ehg-werder.de und das ist tatsächlich ein bisschen problematisch, muss man mal sagen. Also es gab dann aus der Community auch schon mal die Bitte, können wir da nicht irgendein Forums-Feedback-System einführen oder so? Wo ich dann gesagt habe, nein, weil irgendwer muss das noch betreuen. Und irgendwer muss dafür noch Zeit haben. Und das ganze Ding hängt halt immer noch an Schule. Also sowohl bei mir an Schule als auch bei den Schülern an Schule. Was wir quasi machen, was ich quasi mache, aktuell noch, ist quasi, dass ich diese E-Mails sichte und dann eben immer Feedback zusammenstelle zu den entsprechenden Folgen. Das hat den Vorteil, dass ich diese negativen E-Mails, die, weiß Gott, nicht unter der Gürtellinie sind. Also bei unserer Community kann ich das natürlich so sagen, dass das eigentlich nicht der Fall ist. Dann zusammenstelle und sowohl als globales Feedback als auch als einzelnes Feedback, weil wie gesagt, manche E-Mails sind halt nur an ENJSAH adressiert und die kriegen dann halt dieses individuelle Feedback zugeschickt. Wir werden es aber jetzt umstellen zur nächsten Folge, weil der Wunsch des Teams war, auf alle E-Mails Zugriff zu haben. Und dann wird es quasi so sein, dass die jeder eine einzelne Feedback-E-Mail bekommen. Also wenn ich halt nur AHA schreiben will, schreibe ich in aha-podcast-werder.de und dann kommt es halt nur an sie. Das stellen wir jetzt gerade um oder stelle ich gerade um, um das quasi ein bisschen deutlicher zu machen. Aber ich will auch sagen, das Team, also mein Team zumindest, ist sehr an Feedback interessiert. Das ist uns sehr wichtig. Das sagen wir auch immer am Ende der Folge. Nicht, weil uns das unwichtig ist, sondern weil wir darauf sehr viel Wert legen und wir versuchen ja auch, auf Sachen Rücksicht zu nehmen. Ich kann aber auch sagen, in der Gesamtheit sind bei uns jedenfalls 96, 97 Prozent unglaublich positives Feedback und mit Leuten, die uns schreiben, dass sie mit uns aufwachen und die Folge sofort hören, welche Stammhörer die das Ding gleich nachts hören und weiß nicht, wie die das machen, ist mir auch egal. Also so Sachen sind dann sehr nett und sind natürlich auch sehr motivierend und das ist das, was am Ende, glaube ich, auch den Großteil der Truppe so zusammenhält, weil sie halt feststellen, ey, wir erreichen Menschen und ich habe das mal auf so einer Rede gesagt, wir erreichen Menschen nicht nur im Kopf, sondern auch in den Herzen, sonst würden so viele das Ding sich nicht antun. Also es gibt auch andere Podcasts, die professioneller produziert sind als unserer und trotzdem hören es viele. Insofern, Feedback ist wichtig und damit gehen wir dann auch möglichst wertschätzend intern um, so wie es entsprechend für alle passt. Tina, wie sieht es bei euch aus? Kriegt ihr Feedback? Also ich glaube, wir sind natürlich eine ganz andere Hausnummer. Also uns gibt es ja jetzt erst seit knapp einem Jahr als Podcast und wir sind ja auch sehr, sehr spezifisch von unserer Zielgruppe. Daher haben wir, weiß Gott, gar nicht mal vergleichbar irgendwie solche Zahlen, aber wir kriegen trotzdem Rückmeldung und ich kann nur, was Pia gerade gesagt hat, unterstützen. Das ist wirklich, das klingt immer so, als würde man das am Ende so larifari sagen, wir brauchen irgendwie Rückmeldungen, um zu wachsen, um besser zu werden, aber wir wünschen uns das tatsächlich auch und wir haben auch verschiedene Feedback-Kanäle mittlerweile eingerichtet, die man auch zu anderen Formaten ja bei uns aus der Jodet sozusagen nutzen kann. Das ist auch wirklich jodet.de slash Feedback und das ist schon, also was uns zurückgemeldet wird, ganz häufig ist auch, also einfach diese, das ist so schön mal, dass es auch eben im Bereich der Wissenschaft und im Bereich von Kommunikation, Transfer mal andere Formate als eben nur schriftliche gibt. Also das ist, glaube ich, schon was, was ganz oft als Feedback zurückkommt, gerade von Hörerinnen. Es werden auch Themen vorgeschlagen, wen könnten wir mal einladen, über welche Themen könnten wir mal sprechen. Das ist für uns natürlich total hilfreich, weil wir natürlich versuchen, irgendwie einen guten Überblick zu haben, auch Sachen zu entdecken und zu spüren, nachzuspüren, was gerade wichtig ist, was gerade besprochen wird, aber trotzdem übersieht man ja auch manchmal Sachen. Also da gibt es ganz, ganz viel Feedback. Ich kann auch mal sagen, wir hatten natürlich auch Respekt davor. Also ich meine, ich bin hier in Sachsen und wir sind ja nochmal manchmal auch in einiger Hinsicht so ein bisschen ein spezielles Pflaster und gerade auch im Kontext Schule, aber auch im Kontext politischer Bildung außerhalb von Schule gibt es ja bei uns schon auch, es gab bei uns mit als erstes die Meldeplattform der AfD und solche Sachen. Deswegen waren wir auch ganz schön aufgeregt und ich bin es nach wie vor, weil ich schon immer so dachte, mal gucken, wann sozusagen oder ob da was aus der Richtung kommt. Also das ist schon auch, das merken wir auch bei anderen Akteuren in der politischen Bildung in Sachsen, dass das schon immer eine Angstfolie oder so eine Erwartungshaltung ist, mit der man sozusagen auch so in die Öffentlichkeit geht, dass da ein Shitstorm kommt oder dass auch von der AfD dann kleine Anfragen kommen. Das kommt zu unserem Projekt vielleicht irgendwie, aber da sind wir bis jetzt eigentlich relativ gut gefahren. Also ich bin auch gespannt gewesen, weil das wäre tatsächlich auch was, womit wir ja neu konfrontiert werden irgendwie, also als Forschungseinrichtung überhaupt. Wir machen ja auch nicht nur im Bereich Transfer den Podcast, sondern betreiben ganz aktiv Social Media, kann man uns auch folgen, Jodet-Forschungsstelle. Und das sind ja schon Plattformen, mit denen sich Wissenschaft neu an anderen Stellen herauswagt und auch mit Feedback in jeglicher Form anders konfrontiert ist. Und ich finde das total wertvoll, weil gerade in der Corona-Zeit hat ja so Feedback, was man normalerweise manchmal auf Veranstaltungen oder im direkten Austausch hat echt gefehlt. Also und da hatte ich das Gefühl, dass wir dieses Feedback, was so aus digitalen Räumen kommt, viel mehr angezapft haben und viel mehr gebraucht haben, weil es sonst nirgendwo herkam. Also und das ist total schön. Also das ist so dieses eine Feedback und was ich glaube ich nochmal sagen möchte, was ein Feedback ist, was ich nochmal von anderer Seite, also was für Feedback bekommen wir auch von unseren Gästinnen. Und das ist glaube ich was, was ich wirklich, also das wird in der Schule nicht anders sein, aber dieses sich, also auch so eine Dankbarkeit und so eine große Freude dabei gewesen sein zu dürfen. Das finde ich total schön, also weil wir das ja merken, dass wir auch Praxisprojekte zum Beispiel reinholen, die jetzt noch nicht so super krass bekannt sind. Also wir hatten zum Beispiel ein Projekt aus dem Erzgebirge da, die ehrenamtlich im Erzgebirge politische Bildung machen. Und das ist, weiß Gott, kein leichtes Pflaster. Und die war danach so happy, also sie hat das auch super krass gemacht. Ich bin immer wieder begeistert, wie krass unsere Gästinnen auch sind und sprechen können. Und sie hat danach, sie war richtig gerührt und wir waren so ganz emotional auch danach, weil dieser Raum irgendwie, aus dem man da rausgeht und sie sagt so, ach, es ist so eine krasse Möglichkeit, einfach auch mal sichtbar zu werden, sprechen zu dürfen, Erfahrungen teilen zu dürfen, gesehen werden zu können. Also es ist ja auch eine Form von Anerkennung, wenn man einfach dann einen Raum bekommt, mal zu sagen, wie es eigentlich läuft und das eigene Projekt vorstellen zu können. Und das ist zum Beispiel ein Feedback, also wir haben in der letzten Folge, was unsere Jubiläumsfolge war, so ein bisschen versucht, zusammenzufassen, was sind die schönsten Momente im Podcast machen. Und für mich sind es fast immer die Momente, in denen man die Record-Taste wieder drückt und die Aufnahme beendet und die Leute so völlig befreit und völlig freudig sagen, ach, das war richtig krass und es war richtig schön. Also das finde ich die tollsten Feedbacks und das ist auch für uns super wichtig, dass wir unseren Gästinnen eine gute neue Erfahrung und Möglichkeit bieten, sichtbar zu werden. Und das mal so zu unterstützen, was Tina gesagt hat. Wir hatten mal eine Folge, da haben wir uns mit dem Rechtsruck in Sachsen beschäftigt, der andere mit zwei Expertinnen von der Uni Potsdam und in die Leipzig ist das richtig und einem Berater von der SPD-Fraktion. Und ich habe diese Folge dann genannt, angelehnt an das Lied von Jan Böhmermann, Keine Nazis in Sachsen? Und habe gedacht, mit diesem Titel und diesem Inhalt wirst du wohl ordentlich polarisieren und habe auf diese Feedback gewartet, was du beschrieben hattest, trauen wir uns aber Gott sei Dank auch nicht. Also ich habe gedacht, na kriegst du jetzt irgendwie mal eine nette Mitteilung von der AfD, die dann doch Beziehungsschule und so speziell sind. Aber bei uns jedenfalls kam es nicht. Ich verstehe aber den Hintergrund irgendwie da in dieser Umgebung, dass man da entsprechend vorsichtig sein muss. Aber das heißt auch, wir können Mut machen. Also traut euch raus, traut euch Podcasts zu machen, traut euch sichtbar zu werden. Weil das ist ja auch, also genau was du sagst, also auch solche, ich glaube, das ist vorhin genannt worden, mal so Räume zu bespielen. Also das ist ja auch, ich finde Podcasts sind eben auch so kleine Mosaiksteine von, wie Gesellschaft ist und welche Gedanken, welche Positionen gibt es. Und es gibt auch viele rechte PodcasterInnen. Und ich glaube, da ist es auch wichtig, dass man diesen Raum auch nicht unbesetzt lässt. Also da auch jungen Menschen, jungen Stimmen, aber eben auch demokratischen Stimmen irgendwie Gehör zu verschaffen und diese Bühne zu nutzen, ist nicht egal. Und ich glaube, das ist wichtig. Und wir können nur Mut machen und sagen, also wir haben positive Erfahrungen, gute Erfahrungen und es lohnt sich, diesen Raum eben demokratisch und vielfältig zu bestücken und damit auch mit Haltung reinzugehen. Absolut. Also wenn wir bei dem Aspekt bleiben, politische Bildung ist auch immer eine Frage von Haltung und von Werteerziehung, die ganz wichtig. Also vielleicht das nochmal, bevor ich gleich aufs Feedback eingehe. Bei uns ist das ein bisschen anders vom Feedback, aber noch ein Gedanke, der vielleicht für alle Zuhörerinnen und Zuhörer wichtig ist. Also bei uns in der Schule ist es so, wir haben jetzt eine Veranstaltung bald, da geht es über Rechtspopulismus, obwohl ich den Begriff gar nicht so mag. Es ist eher völkischer Nationalismus und die Gefahren für die Demokratie, gerade auch im Kontext jetzt von den Wahlen in Italien, autokratischen Entwicklungen in Ungarn. Und meistens kann man das nicht für die ganze Schule machen. Das machen wir jetzt für den zehnten Jahrgang mit Carsten Korschmieder. Steve, du kennst den. Und das sind tolle Veranstaltungen, die bei uns in der Aula stattfinden. Aber wenn die schon mal da sind, kriegt man die auch meistens dazu, nachher noch in den Podcast zu kommen. Und das nochmal gerade nachzufragen, was ist vielleicht unklar geblieben oder nochmal den gleichen Vortrag zu halten. Und dann kann man den wirklich der ganzen Schule oder allen Interessierten darlegen. Das heißt, so ein Podcast und dieses ganze Material, diese ganze Technik ist eine Möglichkeit, die ganze Schule zu bespielen. Oder hier die Möglichkeiten zu geben, dass sich auch die, die jetzt nicht Politikleistungskurs haben, sich mit politischen Fragestellungen oder gesellschaftspolitischen Regelungsfragen auseinanderzusetzen. Also das fand ich eine ganz tolle Möglichkeit, die wir jetzt in Zukunft hier in der Schule nutzen wollen. Jetzt zurück zu der Frage Feedback. Also da habe ich gerade überlegt, wir sind da wirklich noch gar nicht so professionell. Und Feedback, da können wir weiter, da sind wir noch nicht so gut. Also wir sind gut in dem Feedback gewesen, was geben wir jetzt von den Lehrkräften und den Schülerinnen und Schüler und sich gegenseitig, was geben wir uns gegenseitig bezüglich der Folgen. Da war immer das Problem der Zeitfaktor. Und das andere ist, dass ich total nachvollziehen kann, dass die Gäste, gerade wenn es Gäste waren, die die Schülerinnen und Schüler kennen, das waren, wir hatten nochmal zwei Kollegen, die im Interview waren, das war ganz toll, die fanden das richtig gut. Aber meistens waren wir so gehetzt oder ich auch, jetzt vor Weihnachten, dass ich so eine wirkliche Reflexion mit den Schülerinnen und Schülern, dass ich die versäumt habe zum Teil. Also dann merke ich gerade, wie ich da bei den nächsten Folgen viel mehr Zeit einplanen muss. Ich habe die natürlich gelobt und alles, aber Feedback an sich, ein Lob oder eine Note ist kein gutes Feedback. Das müssen wir nicht Pädagogen sein oder Pädagoginnen, sondern ein Feedback bedeutet, das hast du gut gemacht, aus den und den Gründen oder das kannst du besser machen aus den und den Gründen, sonst ist ein Feedback nur eine Note oder einmal ein Lob. Das ist wichtig, aber so eine Feedback-Kultur fehlt und da merke ich gerade, da müssen wir noch stärker werden. Also ihr merkt, ich sehe das ja aus der pädagogischen Perspektive und das andere war, vielleicht noch einen Unterschied darzustellen, was eigentlich mein Ziel ist. Mein Ziel ist nicht, dass ein Podcast total durch die Decke geht und abgeht. Wenn es passiert, super. Aber meine Idee ist eigentlich, für unsere Schule, das Beethoven-Gymnasium, eine Plattform darzustellen, wo auch mal die anderen Fachbereiche ihre Themen in Podcasts so spannend aufbereiten, dass ich mal mitbekomme und auch die Schülerinnen und Schüler mitbekommen, was machen eigentlich in den Naturwissenschaften die Kolleginnen und Kollegen, die Schülerinnen und Schüler. Das ist meine Hoffnung, dass am Ende dieser Homepage, die wir haben, 20 Podcasts hat, zu verschiedensten Themen, wo man sich informieren kann, wo man Neugieres stillen kann, was machen die anderen eigentlich. Wir machen gerade eine tolle Kooperation mit Cradle to Cradle von Nora Griefer hier an der Schule. Da geht es darum natürlich auch, welche Berufe entstehen da gerade, nicht nur im Nachhaltigkeitssektor, sondern in diesem Bereich Circular Economy, also sehr spezifischen Podcasts versuchen wir gerade aufzubauen. und neben diesem anderen demokratiefördernden Podcast, den ich eben beschrieben habe, We Can Work It Out. Sondern ich glaube, also es gibt eine wahnsinnige Vielzahl, aber jetzt komme ich vom Thema weg, also Feedback, müssen wir noch besser werden. Aber vielleicht können wir mit dem Feedback schon anfangen. Ich glaube, das, was unser Ziel war und auch euer Ziel, eure Motivation herzukommen, Menschen zu inspirieren, vielleicht auch zu motivieren, ich glaube, das kann ich jetzt schon sagen, dass wir das erreicht haben. Das hat ganz, ganz viel Spaß gemacht. Ich würde vielleicht noch einen Punkt am Ende so ergänzen wollen, der mir vorhin in der Auflistung der Vorteile des Podcasts gefehlt hat. Vielleicht wollt ihr da nochmal einsteigen, könnt ihr für euch entscheiden. Der große Vorteil von so einem Podcast ist ja auch, dass man sehr kurzfristig reagieren kann. Ich habe gesehen, dass auch ihr teilweise das Thema Krieg gegen die Ukraine mit aufgegriffen habt, weil man einfach das Gefühl hatte, so ging es uns zumindest, wir haben auch eine Folge dazu gemacht, das ist jetzt hochaktuell und wir haben eigentlich gar nicht die Antworten auf die ganz drängenden Fragen, aber wir merken, dass uns das beschäftigt und dass das sicherlich auch viele, die uns hören, beschäftigt. Und das greift eigentlich vieles auf, was ihr vorhin auch als Stärke vom Podcast beschrieben habt. Man muss gar nicht immer die Antworten schon haben, man muss es auch nicht zu Ende gedacht haben, aber manchmal ist es einfach ein Format, in dem man auch mal die Sorgen, die Gefühle, das, was einen umtreibt, mit anderen austauschen kann, sich mit anderen darüber austauschen kann, wie es ihnen geht. Und das ist, glaube ich, tatsächlich auch nochmal ein großes Potenzial, das Podcasts haben. Ich liebe das ja. Entschuldige. Ich kann nur zustimmen, also weil ich glaube auch, also ich habe das jetzt vorhin gesagt, dass wir oft Studien vorstellen oder oft Gäste in den Einlagen, die aus Praxisprojekten sprechen. Wir haben es aber auch, dass zum Beispiel Praxisprojekte sich mit offenen Fragen, für die sie keine Antwort bisher gefunden haben, an uns wenden. Und das ist das Ziel des Podcasts, dass wir gemeinsam laut darüber nachdenken, wie könnte man das beantworten. Und wir haben keine Antwort. Also wir hatten zum Beispiel UFUG einmal aus Berlin, auch da, die eine ganz spannende Frage zu rassismuskritischer politischer Bildung mitgebracht haben. Und wir haben einfach laut gedacht. Wir haben laut miteinander gedacht und wir haben ganz, ganz viele Fragen gestellt, auf die wir keine Antwort gefunden haben auch, aber die einfach gefragt werden müssen auch irgendwie mal. Und das finde ich das wirklich Schamante, also dass der Podcast eben also spontaner ist, schneller ist, auch ein bisschen leichter, mehr Leichtigkeit irgendwie hat, in der man sich auch mehr als in anderen Kontexten, zumindest von Wissenschaft, mal traut zu sagen, wir haben noch keine Antwort darauf. Also auch Aufträge zum Beispiel an Wissenschaft zu formulieren, wo sollen die sonst kommen? Also wir stellen in der Wissenschaft, wir schreiben keinen Artikel, in dem wir sagen, weiß ich übrigens noch nicht. Also ich weiß das, das und das nicht. Das hält im Podcast-Kontext viel, viel leichter zu sagen, das ist eine Frage, auf die wir hier in der Wissenschaft, in der Praxis noch keine Antwort haben, aber lasst uns mal gemeinsam drüber nachdenken. Und dieses laute Denken und mal lauschen und mithören können, wie bestimmte Menschen, die sich tagtäglich, fachlich damit beschäftigen zum Beispiel, darauf reagieren, welche Fragen sie haben, das ist total schön. Also ich finde, das ist ein Riesenvorteil und das ist auch überhaupt nicht unser Ansatz im Judith-aufs-Ohr-Kontext, dass wir sagen, wir haben für immer alles schon eine Antwort und wir stellen hier fertige, perfekte Konzepte vor und nur so geht es, sondern einfach dieses Zuhören beim lauten gemeinsamen Denken, das finde ich total schön. Ich habe volle Zustimmung. Also als wir die Folge im Februar produziert hatten, da war der Schwerpunkt eigentlich Amerika. Da war ein Tag davor der Überfall auf die Ukraine. Und da haben wir uns gefragt, wie kämen wir jetzt damit um? Wir haben ein Gespräch damals mit Fabian Reinbold vom Spiegel aus Washington entsprechend das mit aufgenommen und danach so ein bisschen genau das, was Steve beschrieben hat, so wie geht es uns jetzt damit? Haben aber auch festgestellt, naja, eigentlich wollen wir eine tiefere Analyse und in der nächsten Folge war das dann mit Frau Professorin Sasse dann der Fall. Also genau das kann der Podcast liefern. Wir aus unserer Sicht haben halt manchmal das Problem, dass wir so ein bisschen über das reine, wie fühlen wir uns gerade auch ein bisschen hinausgehen wollen und versuchen wollen, so ein bisschen analytischen Anstrich zu bekommen. Aber wahrscheinlich ist es genau das, was ja beides drin sein kann. Sowohl dieses persönlich bezogene, selbstreflektierte irgendwie, als eben auch der analytische Blick. Und beides zusammen führt ja dazu, dass ein Podcast auch gehört wird, weil die Menschen, die da drin sind, ja Gefühle und Gedanken haben und in denen kann man ja mitfühlen und mitdenken und holt sich auch irgendwo abgeholt. Das ist das, was wahrscheinlich auch mit zum Punkt ist. Ja und dazu? Pardon, Phil, sag du gerne noch was. Ja, vielleicht ganz schnell nur. Also neben dieser Möglichkeit, Fragen zu stellen und auch Unsicherheit zuzulassen, sind wir mal ehrlich, die sind gerade in allen Aspekten der politischen und gesellschaftlichen Frage einfach da, weil wir gerade überall suchen und eine gewisse Ehrlichkeit, dass wir für viele Fragen, also wie schaffen wir es eigentlich, diese Transformation zu einem ökologischen, nachhaltigen Lebensstil, da gibt es überhaupt noch keine Antwort. Das ist ein Randtasten. Aber ein Aspekt, der dann immer wieder wichtig ist und das lernen die Schülerinnen und Schüler und sollten viel mehr noch lernen, dass es einfach Widersprüche gibt, die man aushalten muss und auch Ambiguritätstoleranz ist da der Begriff. Also dass man, nicht wie in Mathe, möglicherweise eins plus eins ist zwei, sondern dass man abwägen muss zwischen Argumenten, die alle eine Relevanz haben und bestimmte Fragen einfach auch ganz schwer, immer eine Unsicherheit haben. Wir haben das bei der Frage der Ukraine, dem völkerrechtswidrigen Angriffskrieg auf Russland erlebt, wo wir nicht genau wissen, was jetzt richtig ist in den nächsten Schritten. Wir sehen das bei der Frage, der aktuellen Frage von Energie, wo die Politik auch sehr tastend vorangeht. Das heißt, Schülerinnen und Schüler lernen hier auch, ja auch Widersprüche und Unsicherheit auszuhalten. Eine ganz wichtige Kompetenz, meines Erachtens, für deren zukünftigen Werdegang. Jetzt enden wir mit so einem ganz schweren Thema, wollen aber damit Mut machen, tatsächlich sich diesen Themen zu widmen und das, was du gerade gesagt hast, Phil, eben aufzugreifen. Selbstbewusstsein zu geben, Ambiguitätstoleranz zu lernen und auch beizubehalten und auch immer zu wissen, dass unser Gegenüber auch nicht unbedingt die Antwort hat. Und wir freuen uns, dass ihr den Raum mit uns gemeinsam genutzt habt, um eben laut zu denken. Und wir hoffen, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, wie das am Anfang so schön gesagt wurde, heute hier ein kleines Bildungserlebnis hatten oder zumindest ein Hörerlebnis. Und nun euren Podcasts vielleicht weiter folgen oder überhaupt erst einmal folgen. Wir werden die Links natürlich in die Shownotes packen und hoffen, dass die ZuhörerInnen-Zahlen stetig anwachsen. Wir sind unheimlich dankbar dafür, dass ihr heute unsere Gästinnen und Gäste wart und wir mit euch gemeinsam über Podcasts sprechen durften als Freiräume. Vielen Dank. Herzlichen Dank für die Einladung. Ja, vielen Dank, dass wir dabei sein durften, weil das ist nämlich auch das Schöne, Podcasts leben auch immer von den Personen. Das finde ich schon auch nochmal schöner als ein Text. So ein Podcast und eine Stimme, das macht es doch auch ein bisschen persönlicher. Vielen, vielen Dank, dass wir heute dabei sein durften. Und noch ein Tipp von meiner Seite aus, nutz kein Spotify. Ausrufezeichen. Okay. Also wir enden ganz politisch. Schippen was mit euch und genau, bis ganz bald. Macht's gut. Danke, ciao. Tschüss. Tschüss.